Hi, ich bin Hannah, eine Illustratorin von der Schwäbischen Alb. Am liebsten zeichne ich mit Aquarell und Feinlinern emotionale Szenen, schwerelose Personen, Krimskrams und Grünzeug. Ich bin die Illustratorin der Graphic Novel Rocky Beach. Die erzählt in atmosphärischen Schwarz-Weiß-Bildern eine Geschichte der Erwachsenen drei Fragezeichen. Und weil ich ein Fable für Krimis und Rätsel habe, war es mir ein Fest, auch die erste Graphic Novel für Exit zu zeichnen. Die Frau im Nebel. Woran ich gerade arbeite, ist noch geheim. Aber so viel kann ich schon verraten. Es spukt. Wer spicken möchte, findet mich als Frucht-Rob auf Instagram und Twitter. Ich bin Hannah Wenzel und wünsche euch viel Spaß bei den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur Nickel-Nagel-Neusen-Ausgabe der Comic-Cookies, eurem Comic-Podcast, in dem es um Comics geht. Wir sprechen vier Menschen über Comics, die sie in letzter Zeit gelesen haben. Und am Ende, da reden wir sogar über einen Comic, den wir alle gelesen haben. Mal gucken, was heute passiert. Ich begrüße herzlich den Andi, den Breedsam und den Patrick. Moinsen. Servus. Mahlzeit. Mega. Ja, wir haben uns wieder zusammen getroffen. An einem Montag, Nachmittag, früher Abend sucht es euch aus. Und wir haben uns überlegt, wir zeichnen für euch einfach mal Ausgabe 113 der Comic-Cookies auf. Wir haben, wie gesagt, Comics am Start und ich würde vermuten, es ist super smart, jetzt einfach mal drauf zu sprechen zu kommen, welche Comics das sind. Bei mir ist heute mit dabei zum einen von Reinhard Kleist, der Graphic Novel Castro. Und dann auch noch die Verwandlung von Franz Kafka, erschienen im Knesebeck Verlag von Menschen, die heißen Korberan und Horne. Weißt du Bescheid. Andi, was hast du dabei? Ich habe dabei Asadora, ein Manga, und den Comic Six Sidekicks of Trigger Keaton. Cool. Patrick, was hast du dabei? Ich habe die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss und die Reihe Criminal von Ed Brubaker und Sean Phillips. Sehr schön. Und Breedstorm? Ja, ich habe das franco-belgische Double-Double-Feature. Und zwar habe ich Valley Go Eve aus dem Piretta Verlag und die Erektion aus dem Hause Splitter. Also was aus Breedstorms Schmuddelecke. Auch da gibt es heute ganz großes, also nicht Finale, Premiere vom neuen Einspieler. Das wird toll. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen Bock drauf. Magst du vielleicht gleich mal anfangen, Breedstorm? Mit was auch immer. Willst du gleich mit Schmuddel oder ohne Schmuddel? Als ob du anders könntest. Du schaffst es mir wahrscheinlich einen Kindercomic als Schmuddelcomic zu verkaufen. Na, also ich würde sagen, ich fange erst mal harmlos an mit Valley Goie, weil das Beste hebe ich mir natürlich für den Schluss auf. Und Valley Goie aus dem Hause Piretta ist von dem Szenaristen Jan und der Zeichnerin Virginie Augustin, die bekannt ist für solche schönen Serien wie Alim der Gerber bei Splitter erschienen oder auch Conan hat sowas bei Splitter gemacht. Ich bin drauf gekommen, weil ich mal wieder gucken wollte, was eigentlich so bei Piretta los ist. Piretta wurde 2008 gegründet von Mirko Piretta. Das ist ein Zack-Redakteur. Und der hat dann so ein bisschen seinen eigenen Verlag aufgemacht und immer so Zack-typische, bisschen knuddelige, franco-belgische Sachen rausgebracht. Und da habe ich gesehen, er hat so eine Art Doppelpack-Geschichte rausgebracht. Und zwar bringt er im Schuber zum Beispiel die Serie Valley Go raus, die 2013 schon erschienen ist. Aber jetzt haut er das Ding quasi im Schuber für 20 Euro raus. Und da habe ich doch einfach mal zugeschlagen, weil es thematisch auch für mich interessant aussah. Und ja, das Ding kam dann sehr zügig bei mir an. Ich muss jetzt sagen, wer ein Schuber erwartet, wie er bei Splitter-Phase ist, der wird hier ein bisschen enttäuscht sein. Also es ist sehr dünne Pappe. Also es ist mehr so wie eine Geschenkverpackung drumherum eigentlich. Das ist leider nicht so, wie ich mir das nach meinen Splitter-Schubern vorgestellt habe. Aber nichtsdestotrotz, der günstige Preis ist immer noch dafür zu haben, pro Album hast du dann quasi einen Zehner. Und das für eine ganz nette Story. Worum geht's? Wir haben wieder das berühmte viktorianische England, würde man sagen. Oder fast. Es spielt alles in Schottland Anfang des 19. Jahrhunderts und zwar in dem Örtchen Welligo. Wenn man sich die Karte von Großbritannien vorstellt, ist es ziemlich oben an der Spitze. Ein Fischerdörfchen. Und in dieses Dörfchen kommt ein bekannter Schriftsteller mit seiner Muße mit einer Kutsche gefahren und trifft dort auf die etwas eigenbrödlerisch lebenden Dorfbewohner. Und es entspinnt sich eine Geschichte, in der man am Anfang nicht weiß, sind das jetzt nur Träume, die er da hat? Spukt es da vielleicht? Was ist da los? Also sehr verträumt. Und wer sich das Szenario viktorianisches England im dörflichen Setting gut vorstellen kann, der ist hier natürlich bestens bedient. Für mich am attraktivsten sind natürlich die Zeichnungen von der guten Frau Augustine, die ähnlich wie bei Arlene de Gaulle ja so ein bisschen zerlaufen immer, so ein bisschen aussehen, aber doch sehr cartoonig. Und sie fängt damit die Atmosphäre dieser Zeit, also zumindest wie ich sie mir vorstelle, sehr, sehr gut ein. Und auch das Szenario hat mir ganz gut gefallen. Es sind nicht nur nette Menschen drin, wenn man das Cover sieht, sieht es teilweise ein bisschen zu knuddelig aus. Also es geht dann auch schon mal ganz gut zur Sache. Und ja, wir bewegen uns zwischen Geistererscheinungen, verzweifelten Autoren, einer Muße, die vielleicht wer anderes sein will in ihrem Leben. Und ja, also ich bin vollkommen zufrieden mit dieser Investition, 20 Euro, in dieses nette Double Feature von Pirata. Er hat da glaube ich noch ein paar andere Sachen am Start. Und ich finde es eigentlich eine schöne Sache, wenn ein Verlag sagt, wie Splitter es ja auch macht, okay, wir haben vielleicht noch ein bisschen was in unserem Lager, was sich vielleicht nicht ganz so gut verkauft hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt hauen wir das einfach mal für einen schönen Paketpreis raus, dass die Leute das auch an einem Stück sich reinziehen können. Und das ist hier sehr gut gelungen. Ich frage mich mal, wie das funktionieren kann. Gibt es denn so etwas wie eine Preisbindung, Buchpreisbindung? Ich glaube schon, aber die legt ja, ich glaube, der Verlag kann ja den Preis selber festlegen. Also es müssen dann halt auch alle anderen zu diesem Preis verkaufen. Also du kriegst es ja nicht nur beim Verlag, sondern du kriegst es auch bei sämtlichen Anbietern eigentlich und größtenteils auch portofrei. Und er verkauft nachträglich für Leute, die jetzt vielleicht traurig sind, weil sie diesen Pappschuh aber nicht haben. Den verkauft er auch noch für acht Euro. Ja, also für acht Euro kann ich gleich sagen, also wenn es euch nur um die Pappe geht, würde ich jetzt dafür nicht ausgeben, weil da erwarte ich dann einen stabilen Pappschuber. Der ist eher so ein bisschen sehr flexibel für meine Vorstellung vom Schuber. Und ich habe auch noch gesehen, er verkauft, glaube ich, noch signierte Drucke, verkauft er auch noch auf der Homepage. Also da kann man sich eigentlich ganz gut eindecken, wenn man da ein Faible für hat. Ja. Wie sieht denn das aus? Ich scrolle hier gerade so ein bisschen durch verschiedene Artworks, die ich im Netz finde. Ich glaube allerdings, dass das nichts von Waligo ist. Keine Ahnung. Wie würdest du denn das Artwork beschreiben? Ja, also ich, ähnlich wie es bei Arlim der Gerber war, historisch korrekt auf jeden Fall haben sie da, also sehr, sehr historisch und sehr bunt teilweise. was sehr gut mit der Natur da harmonisiert. Und ja, also man kann, wenn man die Virginie Eugustin kennt, die war ja früher Disney-Zeichnerin. Also die hat an solchen Sachen wie Tarzan und Herkules gemacht. Und wenn man diesen Zeichenstil sich so ein bisschen vor Augen führt, da weiß man eigentlich sehr genau, was sie hier auch oder auch in Arlim der Gerber präsentiert. Bei Conan, den Conan-Band habe ich leider nicht gelesen, den muss ich mir vielleicht auch mal auf die Liste setzen. Ich habe von dem Verlag noch nie was gehört. Ich weiß nicht, Andi, sieht das bei dir anders aus? Also ich habe von dem Verlag schon gehört, ich bin jetzt nicht besonders vertraut mit deren Programm. Ich habe jetzt auch nur mal so ganz kurz mal schnell auf die Website geschaut, hauptsächlich, weil ich nochmal lesen wollte, wie dieser Comic überhaupt heißt, weil ich das Wort nicht verstanden habe, was Markus da ausspricht, weil es mir jetzt einfach kein Begriff war. Also mit dem Verlagsprogramm bin ich nicht vertraut. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das im Schottischen so ausgesprochen wird. Ich habe es mir jetzt einfach mal so erschlossen. Also es wird Waligoe geschrieben. Ja, keine Ahnung, ist ja auch mit dem Walisischen ist es ja ähnlich. Also da weiß man im Endeffekt auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Und kanntest du irgendwas sonst von den Künstlern? Sagt ihr dir das irgendwas? Andi? Nee, also die Namen waren mir jetzt auch nicht vertraut. Klar, ich weiß, dass es diese Conan-Reihe gibt, wo unterschiedliche Leute dran arbeiten und so, aber nee, das ist eine Ecke. Da bin ich jetzt gerade in den letzten Jahren so mit diesen etwas neueren franco-belgischen Alben und Künstlerinnen und Künstler Künstlerinnen. Da bin ich tatsächlich nicht firm mit. Da war ich in meiner Kindheit mehr up-to-date. Noch nicht. Ja, man weiß ja, es gibt ja so viel Unterschiedliches und man kann nicht überall seine Augen haben. Das ist zwar echt spannend, wenn man sowas mal in die Finger kriegt und mal reinzugucken und so, aber jeder hat ja so ein bisschen seine Vorlieben. Aber ja, also ich finde es schon interessant. Ich würde mich da gerne besser auskennen. Ja, Patrick, ich meine, hier geht es um Horror, hier geht es ein bisschen auch irgendwie um Fantasy-Einschlag. Für dich wäre das doch garantiert was, oder? Auf jeden Fall. Und ich habe auch schon von dem Verlag was gehört. Nur so am Rande, aber immerhin. Und 20 Euro für den Schuber, würdest du das ausgeben? Ja. Für eine abgeschlossene Story, da haben wir ja schon im Comic-Bereich andere Kaliber gesehen. 20 Euro ist ja okay. Mega. Das war also ein Breedstorm-Tipp für euch. Ein zu weg Breedstormen. Ja, Patrick, dann mach doch mal weiter. Was hast du denn heute noch mit dabei? Also, ich habe die drei Fragezeichen und das Gespensterschluss. Das ist diesmal sogar eine Adaption. Deswegen ist da so ein Logo mit Hitchcock Classic Graphic Novel geschrieben von Christopher Tauber beziehungsweise adaptiert und von Ines Cord gezeichnet. Da haben wir eine Adaption des ersten Falles von den drei Fragezeichen und ich habe ja schon gesagt, ich bin keiner der Leute, die mit den drei Fragezeichen aufgewachsen sind. Ich bin da erst irgendwie über einen Christopher Tauber draufgestoßen. Also, nicht wirklich viele Berührungspunkte. Was hier direkt auffällt, dass Alfred Hitchcock hier stattdessen wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen Albert Hitfield genannt wird. Aber man merkt das an der Silhouette und an allem. Das muss Hitchcock sein. Und früher liefen diese Dinger ja auch unter Alfred Hitchcock präsentiert. Und hier haben wir den ersten Fall der drei Fragezeichen, wie sie ihre eigene Agentur gründen oder ihre eigene Kinder direktal. Und dann auf einen Fall über einen Phantom in einem Schloss aufmerksam werden. Und dann gehen sie zu Albert Hitchfield und sagen, wenn du uns das Vorwort schreibst, gucken wir, ob wir diese Location für einen deiner nächsten Film ausfindig machen können. Und dabei stoßen sie unter anderem auf eine Verschwörung, die mit einem Verstorbenen zu tun hat. So eine alte Horrorlegende, die ist irgendwann gestorben, weil der Wechsel vom Stummfilm auf den Tonfilm, der hat eine sehr schrille Stimme offenbart, die ihm dann nicht mehr geholfen hat, im Horrorgenre irgendwie groß zu werden. Und sein Verwandter hat jetzt mit diesem Schloss zu tun und die forschen nach, was es mit diesem erscheinenden Phantom auf sich hat. Gerade durch diese Filmreferenzen und diese lockere, flockige Stimmung hat mir das eigentlich ganz Spaß gemacht. War für mich so neben Rocky Beach eine der besseren Adaptionen und da habe ich dann auch so mit zum ersten Mal verstanden, okay, hätte ich eins von diesen Kalibern damals als Kind gelesen, wäre ich vielleicht auch diese Generation die Drei Fragezeichen geworden. So hat es wahrscheinlich zum Glück einiges von meinem Taschengeld gespart, aber es war recht spaßig und man hat hier auch schon eine Adaption von einem anderen klassischen Drei Fragezeichen Fall in Visier genommen irgendwie und die flüsternde Mumie auch mit diesen Albert Hitchfield präsentiert und ja, das ist auch so ein milderer Horror beziehungsweise eine mildere Gruse Geschichte, die man vielleicht auch mit dem Kind lesen könnte. Das hält sich moderat im Rahmen nicht zu scary, aber ganz interessant. Und das ist schon auch definitiv eine junge Zielgruppe, oder? Ja. Oder ist sowas für Leute, die damit aufgewachsen sind und jetzt halt nochmal Bock haben, das Ganze als Comic zu lesen? Für die ist es natürlich auch was und dieser Zeichenstil von Ines Cord ist auch sehr, sehr klassisch gehalten. Das könnte auch ein Relikt aus den 70ern, 80ern sein. Und das Hörspiel dazu kam auch, glaube ich, in den 50ern raus, wenn ich mich jetzt da nicht komplett vertuere. Nee, 1968. Sorry. Vermutlich erzählt diese Interpretation derselben Geschichte auch irgendwie nichts Neues. Gut, das wirst du jetzt vermutlich nicht wissen, wenn du das Verspiel nicht kennst, aber das ist einfach nur noch mal ein anderes Medium mit derselben Geschichte. Ja, aber das sagen sie auch direkt im Vorwort, wenn euch das bekannt vorkommt, das ist eine Adaption von 1968, da machen sie jetzt auch kein Geheimnis draus. Und eben auch durch dieses klassische Hitchcock-Logo gekennzeichnet. Und wenn sich da Christopher Taubert, der ja wirklich die drei Fragezeichen Fan ist, dann ab und zu eine Adaption man will, dann ist ihm das auch vergönnt. Er hat dir jetzt um die vier, fünf eigene Fälle quasi geschrieben und zeichnen lassen. Deswegen ist ihm das auch vergönnt, wenn er sich da mal klassischer austobt. Ja, na klar. Bei dieser erwachsenen Comic-Interpretation der drei Fragezeichen, die du hier vor kurzem vorgestellt hattest, gibt es ja quasi den Vorteil, dass es meines Wissens dazu ja keine Hörspielvorlage gab. Das heißt also, dass eine Interpretation, wie es hätte weitergehen können und vor allem eben auch, wie die Figuren im Alter irgendwann mal aussehen. Hier hast du ja die Situation, dass du die Charaktere, die du halt in deinem Kopf schon seit Ewigkeiten kennst, plötzlich auch nochmal als Bild siehst. Und das ist so ein bisschen das selbe Problem wie bei Verfilmungen von Büchern, dass sich das unter Umständen auch beißt mit dem, was du dir eigentlich selbst irgendwie ausgemalt hast. Und das ist natürlich immer so ein bisschen eine Herausforderung, da niemanden vor den Kopf zu stoßen. Auf der anderen Seite hast du diese Diskrepanz mittlerweile auch, wenn du siehst, wie alt die Hörspiel Sprecher geworden sind. Also dass Jonas und Co jetzt mittlerweile Sprecher haben, die auf die 50er zugehen, da wäre dann auch schon diese Diskrepanz vorhanden. Aber hier ist eben der Vorteil, du Fall ist und du Justus, Jonas und Co eben mit ihren Eigenheiten schnell und stimmig vorgestellt bekommst. Sodass auch ich ein besseres Bild von denen hatte und das dann mit dem Erwachsenen Bild auch noch besser abgleichen konnte. Hast du eigentlich, wir haben die Fragen bestimmt damals auch in der Form gehabt, Andi, aber hast du Hörspiele gehört damals von den drei Fragezeichen? Absolut, also ich bin jetzt kein Komplettist, was die drei Fragezeichen angeht, aber ich habe in meiner Kindheit und das ist ja dann auch so Anfang der 80er, Mitte der 80er, ich habe sehr viel Hörspiel gehört, aber nie so von einer Reihe alles, sondern von allem so ein bisschen was und viel aus der Bücherei auch ausgeliehen damals schon, weil ich konnte mir auch nicht alles selber kaufen. Also ja, drei Fragezeichen so ein erster Schritt auch in die Grusel Ecke, ich erinnere mich, dass es da ein, zwei Kassetten Platten gab, die ich mir nicht anhören konnte, die ich immer wieder ausgemacht habe, weil es mir zu gruselig wurde. Ja, also, aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte dafür. Ich habe auch die Comics nicht gelesen, ich weiß, dass es die alle gibt, ich finde es gut, dass es die gibt, also was ich so von denen gesehen habe, sah interessant aus, ich weiß, meine Nichte hat ein paar davon gelesen und ich glaube, das ist ein ganz gutes Projekt, aber ich habe selber, wie gesagt, keinen davon gelesen bisher. Und jetzt explizit, diese Geschichte kennst du nicht, oder? Weil das ja die erste, glaube ich, ist, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das bei den Büchern oder bei den Hörspielen ist. Bei den Hörspielen ist der Superpapagei das Erste, das weiß ich, bei den Büchern weiß ich es nicht. Also ich erinnere mich an den Titel des Geisterschloss, ich erinnere mich nicht an die Geschichte. Also vielleicht habe ich das mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Also es ist keine Kassette, die ich besessen habe oder häufiger gehört habe. Sieht das bei dir anders aus, Brizon? Ja, also ich kenne das Hörspiel, ich hatte das nicht selber, aber das ist ja eins von den ganz alten, von den ersten Folgen, glaube ich, mit einer. Und das kann ich vollkommen bestätigen, dass man sich da, als Kind sehr gruseln konnte, gerade wenn man das vielleicht zu früh gehört hat. Also ich hatte, der lachende Schatten hatte ich irgendwann mal meinen Eltern abgeschwatzt im Kaufhaus und also dieses Geräusch, was dieses Vieh dann gemacht hat, also es war wirklich für ein Kinderhirn, was noch nicht viel gesehen hat, das hat einen komplett zerstört damals. Geräusche waren drauf. Bei mir war es der grüne Geist, der hat immer so komisch geschrien, den konnte ich nicht anhören, bis ich irgendwann mal von der Schule heimgekommen bin und mein Bruder die zweite Seite angehört hat und da war dann das Schreien schon durch und dann habe ich es auch geschafft es anzuhören und dann gab es noch diesen schreienden Wecker oder so, also den fand ich auch ein bisschen großartig, aber hauptsächlich der grüne Geist war so mein Feind. Ne, also ich finde es sehr gut, dass es weitergemacht wird, aber exakt das Problem, was du beschrieben hast, dass man ja eine sehr deutliche Vorstellung davon hat, wie die Jungs aussehen, also für mich sind sie ein bisschen zu glatt in den Zeichnungen von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, aber nichtsdestotrotz sind drei Fragezeichen und natürlich hole ich mir das auch. Ja, wenn das also für euch vielleicht irgendwie da draußen ein Anreiz ist, wenn ihr vielleicht die Vorlage noch ein bisschen besser kennt und könnt da Vergleiche ziehen, dann gebt uns doch gerne mal Feedback, das ja auch regelmäßig bei uns zum Beispiel in den Telegramm und in der Signalgruppe auch mal geschieht, dass da sich Menschen bei uns melden und auch Dinge gekauft haben, die wir vorgestellt haben. Wenn ihr Drei-Frage-Zeichen-Fans seid, dann sagt uns doch bitte, wie sehr sich diese Interpretation sich an dem Buch, glaube ich, in dem Fall orientiert oder an dem Hörspiel, könnt ihr da Vergleiche ziehen, würde mich persönlich doch mal sehr interessieren. Jo, da bin ich dran, mit was, was es irgendwie auch schon als Kurzgeschichte, glaube ich, gibt und jetzt habe ich mir gedacht, ich bin manchmal kulturell nicht ganz auf dem Level, auf dem ich gern wäre und habe mir deswegen hier bei uns in der Bibliothek aus der Kinderabteilung, wo die Comics natürlich sind heutzutage, die Verwandlung mitgenommen. Die Verwandlung basiert komplett, also ist komplett, eben diese Kurzgeschichte von Franz Kafka und ich kannte sie nicht. Also ich will jetzt nichts tun, als wüsste ich mehr, als dass irgendwer aufwacht und dass diese Person eine Schabe ist. Mehr habe ich nicht gewusst, bin auch generell nicht mit der Arbeit von Franz Kafka großartig vertraut, habe da bestimmt mal in der Schule das eine oder andere zu gehabt und möchte gerne nochmal die Frage weitergeben, ist das bei dir die Verwandlung, kennst du die Geschichte, hast du die gelesen, ja oder nein? Also ich habe das sowohl als also die Kurzgeschichte als auch den Comic gelesen, jetzt weiß ich allerdings nicht mehr aus dem Kopf, ob es dieser Comic war. Steht da irgendwas so drin, dass Kafka nicht wollte, dass man das bebildert, außen in den Erläuterungen? Ich habe tatsächlich sogar ausnahmsweise mal diese ganzen Texte gelesen, die da hier so dabei sind und das wäre mir jetzt neu, diese Information. Okay. Das war das ein schwarzes Buch, weißt du auch nicht mehr so genau, wahrscheinlich, ne? Großes schwarzes Buch. Also ich glaube alle Kafka Bücher sind vermutlich es. Das ist wie Kthulhu. Über ein Tentakel. Naja, Andi, bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du die Kurzgeschichte kennst? Ich habe die bestimmt mal gelesen, ich könnte die jetzt nicht mehr nacherzählen, ich habe bei der Uni sogar mal ein Kafka Seminar besucht, aber ich war auch kein besonders guter Student, deswegen, also auch hier würde ich sagen, bestimmt mal bei mir vorbeigekommen, aber kein Expertenwissen. Jetzt fällt es mir ein, war es nicht die Crump Version, die ich vorgestellt habe, sogar von die Verwandlung? Das war es nämlich, ja. Echt? Hier zuletzt, oder was? Ja, im letzten halben Fragen. Da gehen wir nochmal auf Recherche. Ja, also diese hat mich halt angesprochen, weil ich halt wie gesagt diese Lücke schließen wollte, weil ich nicht viel sagen konnte zur Verwandlung und Franz Kafka und die Handlung ist relativ easy peasy erzählt. Es gibt da einen Gregor Samsa, Gregor Samsa ist ein Händler, wie heißt das, ein Warenhändler, naja, der reißt rum und der verscherbelt Textilien für seinen Chef. Das Ganze spielt, keine Ahnung wird das Spiel in der frühen Industrialisierung und eines Morgens wacht er auf und ist plötzlich eine Schabe. Mega, weiß nicht so genau warum, wird irgendwie auch glaube ich bis zum Schluss nicht richtig erklärt, soweit ich mich erinnere, ist jetzt schon zwei Wochen her, dass ich das gelesen habe, aber tatsächlich ist er eine Schabe und finde das irgendwie ganz schön merkwürdig. Zu Beginn des Buchs gleich so auf der ersten Seite haben wir dann so auch anatomische Darstellungen der Schabe aus was für einzelnen Körperteilen besteht die überhaupt und so ist alles mal ganz interessant und putzig dann kriegen wir noch ein paar allgemeine Einordnungen zur Schabe wo die herkommen und was es gibt 3000 Arten von Schaden zum Beispiel und allein in Australien leben 450 und so ist alles ganz spannend und dann geht die Geschichte los und naja in der Geschichte geht es letztlich darum dass er aufwacht er ist jetzt diese Schabe kommt damit erstmal zurecht oder eben auch nicht zurecht weil er sich eben deutlich schlechter bewegen kann und er wohnt aber eigentlich im Hause seiner Eltern und seine Eltern sollen erst nicht mitbekommen dass er eine Schabe geworden ist irgendwann kriegen sie es aber mit und dann geht es im Laufe der Zeit darum was das für Konsequenzen hat also wie kommen seine Eltern sein Chef seine ja auch Schwester auch insbesondere damit klar dass er plötzlich nicht mehr derjenige ist der früher mal war ein Stück weit schämen sie sich vielleicht sogar für ihn ein Stück weit auch nicht das Ganze hat dann es geht glaube ich auch gar nicht mal so unmittelbar um diese innerfamiliäre Interaktion sondern eher so das Beschreibende daran die Worte die Kafka hier gefunden hat und das werden vermutlich eins zu eins auch die aus der Geschichte sein eben jetzt hier übersetzt da geht es viel häufiger eigentlich darum was andere außerhalb des Hauses denken wie so die gesellschaftliche Stellung der Familie ist was das jetzt für Konsequenzen haben wird dass er selbst eben jetzt eine Schabe ist wie undenkbar und peinlich das doch irgendwie auch für alle ist und dann krabbelt er halt so ein bisschen in seinem Zimmer rum dass er irgendwie auch nie richtig verlässt dann gibt es mal irgendwann eine Phase nach einiger Zeit wo die Eltern beziehungsweise generell die Familie sich dran gewöhnt hat dass er nur eine Schabe ist und dann kriegt er auch immer mal so Essensreste hingestellt und ja dann kriegen andere Leute irgendwann auch mit dass er eine Schabe ist und das aber so weit möchte ich es nicht kommen lassen denn so wahnsinnig viel mehr Handlung ist es eigentlich auch nicht aber vor allem mit sehr viel umschreibendem Text das war schon fasziniert weil man das natürlich alles deutlich weniger kompliziert hätte formulieren können wenn man es heutzutage geschrieben hätte vermute ich einfach mal ist aber definitiv so dass hier in diesem Comic auch diese ganze literarische Seite hier vermutlich nicht großartig gekürzt wurde könnte ich mir vorstellen ich weiß es nicht und das ist also ein sehr gutes auch ein schönes Zwischenspiel weil es diesen Text den ich teilweise zwei dreimal lesen musste weil er eben so doch recht kompliziert in Teilen auf mich wirkte dem hat es echt geholfen dass daneben eben nochmal ein Panel war oder das ganze in einem Panel stattfindet in dem ich das teilweise nochmal sehe was mir da gerade beschrieben wurde und so für mich da generell deutlich mehr Verständnis einfach überhaupt möglich war und teilweise auch im Text selbst man könnte sagen eher kryptisch geschrieben ist um was es eigentlich geht aber das Artwork dazu das Panel dem dann eine relativ deutliche Interpretation gibt und wie gesagt mir hat das geholfen ich kann mir vorstellen dass es Puristen überhaupt nicht zusagt wo der Andi gemeint hat dass er irgendwie gehört hat oder nee Quatsch der Breedstorm war es dass er gehört hätte Kafka wollte keine Verbilderung seiner Texte haben das könnte genauso ein Ansatz sein nämlich dass das Entstehen der Geschichte und der Bilder halt vielleicht doch besser im Kopf der Lesenden stattfinden solle wäre hier ein Punkt da könnte man sicher drüber diskutieren mir hat es geholfen und sei es eben nur erstmal als Einstieg in die Geschichte ob ich jetzt immer versaut bin weiß ich nicht so genau wenn ich das Ganze nochmal als Kurzgeschichte vor mir hätte wobei ich ehrlich sagen muss dass es jetzt also ist schon sehr kompliziert und ich würde mich jetzt lieber mit der Interpretation der Geschichte mit anderen Leuten drüber unterhalten als selbst die eigentliche Geschichte nochmal zu lesen da bin ich jetzt nicht so angefixt da habe ich leider nicht so den Zugang gefunden das Artwork was vor allem mit vielen Schwarzflächen arbeitet sehr kontrastreich daherkommt ist halt düster das ganze Buch ist einfach düster und das ist im schwarzen Einband viele wie gesagt schwarze Flächen so in dem Sinne und ja auch die Augen immer irgendwie im Schatten und so er selbst als Schabe ist auch natürlich in Schwarz und auf ihn fällt noch ein schwarzer Schatten und er sitzt im Dunkeln in einer schattigen Ecke und so es ist schon was ganz Besonderes auf das man sich einlassen kann wenn man das möchte und ich kann das für mich jetzt auf jeden Fall als eine kulturelle kulturelle Erfahrung abstempeln beim Knesebeck Verlag erschienen kriegt ihr für keine Ahnung wie viel Euronen aber ist definitiv was was man sich vielleicht eher noch geben kann als sich durch den eigentlichen Text zu arbeiten weil da vermutlich der Zugang hier leichter war Patrick habe ich dich angefixt als ich Schwarz gesagt habe dreimal nacheinander ich habe den Comic tatsächlich also gerade nicht zu Hause gerade hat es der Gordon von mir geliehen ich habe das Ding tatsächlich und ich fand das auch super stimmig und gerade dadurch eigentlich passiert ja gar nicht mal so viel in der Story und die machen aus der Bebilderung ja trotzdem noch das Maximale das geht und erzeugen so eine richtig schöne unangenehme Atmosphäre im Prinzip ist das so die Fliege als Arthouse und ohne Ekel-Effekte ein bisschen Ekel war schon dran aber der ist recht dezent also schimmelt auch oder hat irgendwelche komischen Flecken am Bauch und so das macht er schon kanntest du die Kurzgeschichte die Vorlage ja und da passiert tatsächlich weniger es hat mehr mit diesen Unbehagen zu tun dass da plötzlich der Typ sich verwandelt hat ohne dass er es gemerkt hat also dass dieser Übergang quasi so fließend war aber das ist bei mir auch ewig her kann mich nur erinnern das war wirklich so im Stil von Edgar Allan Poe so richtig klassischer fast schon versartiger Horror ja es ist vor allem irgendwie auch faszinierend das ist ja ein Stück weit zumindest als Einstieg so Mystery mäßig das hat eigentlich nie geklärt hat warum er jetzt eine Schabe geworden ist und genau genommen ist es ja okay weil darum geht es ja auch nicht wirklich im Endeffekt und so es ist eigentlich nur der Aufhänger für die Geschichte aber so ein bisschen fasziniert hätte es mich schon oder es ist vielleicht auch zum Beispiel nur Einbildung und diese Einbildung projiziert sich auch auf seine Mitmenschen oder so ich glaube da gäbe es schon Möglichkeiten Interpretationen im Prinzip kannst du das auch als Metapher sehen dass er quasi wie so eine wie so eine Schabe quasi am anderen Ende der Hierarchie ist vielleicht ist es auch das dass er vielleicht so einen Job hat den nicht jeder geil findet sowas in der Richtung dass er da wirklich im Ansehen so niedrig ist weil es geht ja wirklich in dieser Story sehr viel um das Ansehen und wie die sich Gedanken machten ja was ist wenn der jetzt auffliegt wenn die jetzt mitkriegen dass ihr Verwandter da eine Schabe ist so könnte man das auch interpretieren ja der Patrick ist da relativ nah dran wie der der Reproduktband das auch erklärt hat also in dem Reproduktband ist die Lebensgeschichte von Kafka erzählt und dann immer verbunden mit der einen oder anderen Episode die er geschrieben hat und da ist dann auch sehr oft rein interpretiert warum er das wahrscheinlich so geschrieben hat und bei ihm kommt natürlich ganz viel von seiner Herkunft also er hat auch jüdische Wurzeln und das war in Prag dieser Zeit wo er groß geworden ist nicht sonderlich beliebt und vieles vieles was er so verarbeitet hat in seinen Storys kommt wahrscheinlich aus diesem kulturellen Konflikt den er in sich trug weil er war jüdisch sprach aber Deutsch kein Tschechisch und auch das hat natürlich wieder zu Problemen geführt also immer so ein bisschen mit dieser Außenseiterrolle dann ist interessant dass du sagst das ist eine Schabe weil also ich hatte das Insekt war klar aber ich hatte da eher einen Käfer also einen klassischen Käfer im Kopf aber wahrscheinlich weil es auch so gezeichnet war und das ist genau das was Kafka gesagt hat manche Buch also manche Verlage wollten dann auf das Cover draußen schon das Wesen darstellen in das er sich verwandelt hat gesagt nee das macht er bitte nicht die Leute genau diesen Grund sollen sich das selber vorstellen sollen ihre eigene Interpretation davon machen wie der Käfer aussieht oder das Insekt hier steht gleich im allerersten Absatz als Gregor Samsa eines Morgens erwachte fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt das ist der erste Satz und da ist halt nicht konkret von der Schabe die Rede es kann schon sein dass das Wort Schabe im Laufe der Geschichte noch fällt das weiß ich gerade gar nicht aber es ist tatsächlich eher von Ungeziefer hier wohl konkret die Rede ja Andi wie sieht es bei dir aus würdest du das Ding lesen ich muss es mir anschauen also wenn es jetzt optisch besonders spannend fände dann ja jetzt rein von der Geschichte also ich erinnere mich zwar nicht mehr super viel aber ich habe schon immer noch einen Eindruck von von Kafka als ich ihn gelesen habe und als ich dieses Seminar besucht habe und schon so einen Eindruck davon was was Kafka gemacht hat mit seiner Literatur da bin ich jetzt aktuell nicht auf dem Pfade mir das alles nochmal zu erarbeiten oder neu zu interpretieren aber wenn es wenn ich es jetzt halt grafisch besonders interessant fände dann würde ich es lesen es ist denke ich ein sehr interessanter und letztlich auch schnell mal gelesener Einstieg in Kafka dabei möchte ich es auch belassen alles klar damit haben wir es gepackt und dann sind wir beim Andi angelangt so ich stelle heute einen Manga vor und zwar den neuen Manga von Naoki Urosawa ich denke einer der bekanntesten Mangaka überhaupt hauptsächlich durch seine großen Serien wie Monster 20th Century Boys Pluto oder Billy Bad und seine aktuelle Reihe heißt Asadora da ist jetzt gerade der erste Band auf Deutsch bei Carlsen erschienen die Reihe läuft seit 2018 in Japan da sind auch schon sechs Bände erschienen und andere Länder haben auch schon so fünf rausgebracht in Deutschland haben sie sich etwas länger Zeit gelassen da gibt es jetzt gerade mal den ersten und das Ganze nennt sich zumindest in der Carlsen Variante eine Manga-Novela sowie Telenovela nur mit Manga vorne dran und das Ganze kommt daher dass der Begriff Asadora steht für eine ganz bestimmte Fernsehsendung in Japan das übersetzt heißt das Morgendrama und seit den 60er Jahren gibt es in Japan jeden Morgen eine Viertelstunde eine Episode von einer Fernsehserie quasi wie so eine wie so eine Daily Soap aber immer nur 15 Morgen 15 Minuten ich glaube morgens um 8 und da wird das ist ein ganz spezielles Genre da wird immer die Lebensgeschichte einer jungen Frau und dann eben im Heranwachsen und Älterwerden erzählt so bei der bei der Erfüllung und ihrer Träume auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume das ist also nicht nicht biografisch das ist schon fiktional und das sind immer wieder neue Geschichten aber das ist so seit den 60er Jahren machen die das jetzt in den letzten Jahren ist es so dass immer zwei Geschichten pro Jahr laufen also so ein halbes Jahr wird eine Geschichte erzählt und dann im zweiten Halbjahr wird eine andere Geschichte erzählt aber immer so Frau wächst heran ihr Leben bei der Erfüllung ihrer Träume und dieses Prinzip nimmt Urasawa hier auf nennt diesen Comic daneben auch schon Asadora und die Hauptfigur heißt Asa die Geschichte im ersten Band spielt im Jahre 1959 während einer großen Flut in einer Region deren Namen ich jetzt gerade wieder vergessen habe wo Asa lebt die allerersten Seiten in dem Comic spielen allerdings im Jahre 2020 das heißt hier wird in dieser Reihe wenn sie dann mal fertig ist wird die Lebensgeschichte von dieser Figur erzählt von 1959 bis 2020 sie ist zwölf Jahre alt 1959 und in diesen allerersten Seiten 2020 sieht man Japan in Tokio in Flammen große Katastrophe Menschen auf der Flucht und so im Hintergrund so verdeckt durch die so Flammen und und Rauch und so sieht man irgendwie so die Form eines großen Monsters also irgendwas Kaiju-artiges scheint da unterwegs zu sein das sind so die die allerersten paar Seiten das Spiel 2020 weil das die die Olympiade quasi so ein so ein Fixpunkt ist in dieser Geschichte und dann springt es eben nach 1959 die kleine Asa rennt zum zum Arzt ihre ihre Mutter ist ist schwanger ist kurz vor der Geburt sie rennt zum Arzt um da irgendwas abzuholen und wird dann auf dem Rückweg von einem Einbrecher entführt also sie überrascht einen Einbrecher wie der gerade so aus dem Haus aus einem Haus rauskommt und der entführt sie dann und dann sind die zwei so mehr oder minder eingesperrt in so einem Haus und um sie herum passiert dann eben auch so eine so eine Flut die zwei freunden sich irgendwie so ein bisschen dann aber auch an also man erfährt so die Lebensgeschichte von diesem Mann warum der jetzt da was klauen wollte und dass der eigentlich auch ein scheiß Leben hinter sich hat und so und die zwei tun sich dann zusammen um die Menschen die von von dieser Flut so eingekesselt sind mit einem mit einem Flugzeug mit Essen zu versorgen dieser Mann also Pilot gewesen in der in der Armee und dann versorgen die da Menschen mit mit Essen und machen sich auch auf die Suche nach Asas Familie und ganz am Ende ich spoiler das jetzt mal weil das man hat eh schon Monster am Anfang gesehen ganz am Ende sieht man dann so aus der Luft also vom Flieger aus so riesige so Monster Fußabdrücke im Wasser das heißt das Ganze ist also quasi eigentlich ein 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 ganz normales Drama um Charaktere aber irgendwie hat es eben auch noch so ein japanisches Monster Element mit drin das jetzt hier in diesem ersten Band noch nicht vollkommen klar wird aber eben ganz am Anfang und ganz am Ende schon mal ein bisschen mit angedeutet wird Urasawa ist für mich also ich bin jetzt auch kein riesiger Manga-Experte aber von denen die ich kenne ist er auf jeden Fall so einer meiner Lieblingszeichner ich finde seinen Stil ganz ganz toll anzuschauen er hat sehr expressive Mimiken einen ganz tollen Strich und mir hat dieser Band also sehr sehr viel Spaß gemacht ich bin sehr sehr gespannt auf die kommenden Bände für dieses Jahr sind bei Carlsen ich glaube noch zwei Bände angekündigt und der vierte Band dann für Anfang nächstes Jahr wenn ich das richtig gesehen habe ich habe von Urasawa vor vielen Jahren mal die ersten ein oder zwei Bände von 20th Century Boys gelesen aber sonst eigentlich nicht bisher noch was ich höre immer nur von anderen dass es ganz ganz toll ist gerade Monster wird immer sehr sehr gelobt auch vielleicht hat es ja von euch jemand gelesen aber ich bin ab jetzt jedenfalls große Freude mit Asadora gehabt und wäre von mir auf jeden Fall eine Empfehlung die Übersetzung ist von Miyuki Tsuji für die Carlsen Ausgabe und ja da so ich fand das das Konzept das so auf dieser Fernsehserien Format basieren zu lassen ganz interessant und dann wie gesagt eben auch zeichnerisch aber auch von der Geschichte her echt super empfehle ich ja vor allem weil es halt offensichtlich also scheinbar ja diesen Kaiju Ansatz gibt mit diesen Monstern irgendwie und so und das wäre doch schon irgendwie geil wenn das alles eine Ansammlung an Geschichten ist die erst in Kombination diese eine große epische gesamte Geschichte erzählen also gerade vielleicht auch die Frage ob in den anderen vier Ausgaben die es ja dann wohl gibt oder wahrscheinlich irgendwann noch viel mehr Ausgaben irgendwie sag ich mal noch andere Schicksale mit genau diesem Einschlag dann drin sind und zusammen müssen sie am Ende ähnlich wie die Avengers ein Team bilden und dann irgendwie gegen die Kaijus das wäre so episch also ich glaube noch mit so Roboteranzügen ja genau also ich kann ein bisschen so wird es natürlich passieren ich kann ein bisschen was vorwegnehmen also zum einen die Hauptfigur ist natürlich Asa das wird so bleiben der Comic ist quasi ja auch nach ihr benannt beziehungsweise sie ist nach diesem Fernsehformat Asadora benannt also das wird so bleiben ich habe ein Interview mit Urasaba auch gelesen wo er darüber spricht er hat die Olympiade Tokio 64 und die Olympiade Tokio 2020 so als als große Punkte in dieser Geschichte angenommen also wenn die Geschichte in 1964 ankommt passiert was Großes und dann eben 2020 wieder und er hat sich gedacht dass Asa als Figur 1964 Pilotin sein wird und da 17 Jahre alt sein wird wenn sie dann eben selber fliegt und deswegen hat er die Geschichte anfangen lassen fünf Jahre vorher wo sie dann zwölf ist und diesen Piloten kennenlernt meine Vermutung ist ich weiß es nicht also ich erst nur einen Band gelesen ich weiß auch nicht ob ob das in den bis jetzt erschienenen sechs Bänden in Japan auch überhaupt schon vorkommt oder ob das noch weit weiter zugefliegt meine Vermutung ist sie lässt sich dann wird dann eben irgendwie auch Pilotin aufgrund dieser Erfahrung von als sie zwölf Jahre alt war und eventuell ist dann eben zur Olympiade vielleicht irgendwie so ein Kaiju Angriff und sie ist dann da so bekämpft dann das Monster vielleicht so als Pilotin und dann eben geht ihr Leben weiter bis 2020 und dann passiert das irgendwie wieder aber das ist wie gesagt das sind nur so meine Spekulationen ich habe mal mir die Cover angeschaut von den anderen Bänden die jetzt bisher so in Amerika und Frankreich erschienen sind also das was bisher raus ist da scheint sie schon so langsam Teenager Alter zu haben also vielleicht ist diese Olympiade 64 auch in diesen ersten sechs Bänden schon mit drin keine Ahnung aber ich weiß dass andere Reihen von Urasaba eben auch schon sehr sehr lange gelaufen sind viele Bände haben wie das ja häufig bei Manga Reihen auch so ist also ich gehe auch davon aus Asadora wird jetzt doch noch einige mehr Bände bestimmt kriegen als diese sechs die bisher in Japan erschienen sind ist interessant diese parallel auch zu dieser Sendung und das ja auch inzwischen also den Namen habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört Naoki Urasawa und gerade und gerade auch die anderen Sachen die er gemacht hat das scheint ja eigentlich ein No-Brainer zu sein ob man da mal reinschaut man muss wahrscheinlich schon Interesse daran haben eben so eine eigentlich ist es ja wirklich mehr ein mir fällt das richtige Wort nicht ein also es geht um Personen und Charaktere also dieser Kaiju Element schon klar also es gibt mir so Coming of Age wahrscheinlich wenn du sagst sie kann da alles und halt noch darüber hinaus also es geht halt soweit ich das verstanden habe wirklich so ein ganzes Leben nicht nur Coming of Age und dann ist sie erwachsen sondern wirklich wenn sie 1964 17 ist die Geschichte aber bis 2020 geht da kommen ja doch noch ein paar Jahre drauf aber genau darum also sein Ansatz war wohl auch er wollte zum einen wollte er mal eine weibliche Hauptfigur machen und er wollte eine sehr positive Hauptfigur machen und ja darum geht es dann hauptsächlich um das Leben dieser dieser Frau und irgendwie hat es dann wahrscheinlich auch noch irgendwie Monsterelemente ab und zu zumindest mal mit drin und irgendwelche japanischen Mythen ja ich meine sowas vermisse ich ja letztlich schon Geschichten gute Geschichten mit Frauen über Frauen gern aber auch von Frauen und es ist spannend dass er das jetzt versucht ich meine wir haben vor kurzem gab es dieses Humble Bundle das gibt es glaube ich immer noch von Terry Moore der ja auch dafür bekannt ist gute Frauenfiguren zu schreiben aber so ein bisschen gibt es da immer diesen Makel es wäre halt schon irgendwie auch noch gut wenn es eine Autorin gewesen wäre ja ich bin mal gespannt vielleicht nehme ich das Ding doch mal in die Hand und gucke mal vielleicht ja blätter mal ich weiß nicht ich finde das irgendwie interessant Breedstorm kannst du dir dir vorstellen da mal reinzuschauen ja allerdings würde ich warten bis davon mehr erschienen ist weil ich habe die Tendenz im Alter dann langsam zu vergessen bis wenn es lange dauert bis neue Bände kommen was im Vorrigen Band passiert ist Patrick wie sieht es bei dir aus ist also ich meine Carlson Manga da waren jetzt keine Tentakel dabei aber ich mag Naoki Uurasawa ziemlich also Monster ist einer meiner Lieblings Mangas und er zeichnet sich eben auch dadurch aus dass er glaubwürdige Charaktere zeichnet denen man gerne folgt die dann auch im Verlauf der Geschichte eine glaubwürdige Entwicklung machen und man hat mich schon bei den Namen aber bei Monster habe ich dann spontan das Ding in den Einkaufswagen gepackt und dachte okay jetzt bin ich wirklich gehuckt 20th Century Boys fand ich auch ziemlich cool das war nur eine deutliche Spur abgedrehter aber für mich ist Naoki Uurasawa wirklich einer der Leute die organische Charakterentwicklung machen deswegen habe ich da auch keine Bedenken dass er da jetzt mal eine Frau zum Hauptcharakter macht vor allem weil er die wirklich mit unterschiedlichen Facetten abbildt teilweise richtig gute graue Charaktere auch schreibt also welche die am Anfang unsympathisch sind wo du dann im nächsten Moment richtig mitfieberst und wenn er das in so einer 70 Jahre andauernden Story alles abfeuert sage ich das wird so einer der nächsten Klassiker steile These sind wir mal gespannt dann gehen wir jetzt zu Breedstorms Schmuddelecke weiter ja also ich fühle mich geehrt eine eigene Kategorie zu haben also über Jahrzehnte jetzt erarbeitet und zwar habe ich mir vorgenommen die Erektion Band 1 und 2 von Jim und die Zeichnungen sind von Lünie Schaban Jim mag ich ja schon eine ganze Weile als Autor er hat natürlich einige Fantasy Sachen geschrieben wie mit dem Drachen wie hieß es der Engel und der Drache oder auch solche Sachen wie aber ich mag tatsächlich seine realistischen Sachen in denen es immer so ein bisschen um Beziehungen geht und um ganz abstruse Szenerien wo Menschen Pärchen aufeinandertreffen und dann vielleicht ein bisschen anders auseinander gehen als sie vorher aufeinander getroffen sind wie zum Beispiel Sonnenfinsternis oder Eine Nacht in Rom ich meine die habe ich schon beide mal vorgestellt jo auch hier wurde ich nicht enttäuscht der gute Jim hat genau dieses hier auch wieder gemacht nämlich aus dem Leben von Franzosen die längere Zeit schon Paare sind berichtet und zwar führt da hier ein Pärchen ein was mit einem anderen Pärchen einen wunderschönen Pärchen Abend macht und wir merken die sind beide so Ende 40 es ist nicht mehr alles so wie am ersten Tag der gemeinsamen Beziehung und auch die Sexualität nimmt ja ein bisschen ab mit dem Alter und ja da ganz anders scheint es bei ihren Gästen zu sein auch die sind Ende 40 aber da muss das wohl komplett anders sein man merkt schon wenn die Dame also die 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 eingeladene Dame hereinkommt sie hat sich in roten Minirock gezwängt der natürlich aus optischen Gründen da ist um genau das darzustellen um das Augenmerk halt auch besonders auf ihren Körper zu regen nur mit ihrem Lebenspartner ist es dann nicht mehr ganz so also er sieht von vorne ein bisschen aus wie der in die Jahre gekommene Elvis mit einem Haarkranz hinten und wird so ein bisschen auch als der Trottel dargestellt wir merken aber dass der Herr des Hauses dann doch ganz gern mal zu ihr rüber guckt und sieht wie sie sich halt in ihr Outfit gezwungen hat und es ist ein ganz normaler Abend man unterhält sich über dieses und jenes und in dem Moment wo die Dame des Hauses plötzlich einfach mal so im Gespräch mit ihrer Hand an den Oberschenkel ihres Mannes kommt merkt sie dass er eine heftige Erektion hat und sie lässt sich erstmal nicht anmerken stellt ihn natürlich dann zur Rede in der Küche und fragt ihn was ist mit dir los zu schweinen gabst du unsere 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 Gast an was soll das die hat sich in diesen Rock da reingezwungen und du gehst da volles Rohr drauf ab sagt er nein dem ist nicht so dem ist nicht so Schatz du hast hier Geburtstag jetzt und als Geschenk habe ich mir mal überlegt ich nehme doch mal eine von diesen wunderschönen blauen Pillen und da haben wir das Cover des ersten Bandes schon relativ gut erklärt da steht nämlich der Herr des Hauses und schaut interessiert eine Tablette an und zwar ist es wohl so gewesen dass er gedacht hat er macht jetzt seiner Frau einmal eine ganz besondere Freude indem er ja wie soll ich das sagen seine geschlechtliche Bereitschaft sehr ausgeprägt darstellt und so dass er sicher ist dass es auch alles funktionieren wird an diesem Tag und das ist natürlich und dass er ihr das sagt das ist natürlich das schlimmste was er ihr hätte sagen können weil sie möchte natürlich begeht werden ohne jegliche chemikalische Hilfe und ja so ist das Leben manchmal und das ist nur der Auftakt zu diesem Band in dem es wirklich einige Verstrickungen gibt in dem es noch feiernde Nachbarn gibt in dem es noch zu Streitereien und Eklaren kommen wird und ja typisch Jim so ähnlich war das bei Sonnenfinsternis auch dass da Begehrlichkeiten über den Rand der eigenen Beziehung geweckt wurden und ja ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was mich genau dran fasziniert also es ist eigentlich nicht so richtig die Schmuddelecke weil es nicht so richtig dazu kommt dass hier wirklich viel passiert oder sehr viel gezeigt wird also es vielleicht einfach die Thematik aber eigentlich geht es hier auch so ein bisschen um das älter werden wie geht man damit um wie laufen Beziehungen die schon viele viele Jahre alt sind was verändert sich vielleicht mit der Zeit und ich finde das hat Jim hier sehr gut gelöst und Lünie Chaban wunderbar ist mir gar nicht aufgefallen dass ein anderer Zeichner ist als bei die Sonnenfinsternis da hatte ich die Zeichnung auch so ähnlich im Kopf sind alle sehr realistisch gehalten schön koloriert da kann man überhaupt nichts sagen aber letztendlich geht es hier wirklich um die Story und es ist eine Story über das älter werden und wie nennen wir das Sexualität im Alter oder wie immer man das nennen möchte ja tatsächlich so wie du es beschreibst und so wie man sich auch hier auf der Splitterseite mal die Leseprobe anschauen kann ist das Ganze tatsächlich gar nicht so mega explizit im Endeffekt zumindest das was ich in der Leseprobe sehe und ich finde es jetzt auch irgendwie tatsächlich faszinierend nachdem du es ein bisschen beschrieben hast das ist da wohl um dieses älter werden und meinetwegen auch Sex im Alter und die sind ja auch nicht alt also mehr ernsthaft das darum geht finde ich jetzt spannender als einfach nur ein Pärchen so wie du ich hatte zu Beginn gedacht okay das wird ja einfach ein flotter Vierer oder so aber darum geht es glaube ich nicht es ist was anderes scheinbar und das finde ich tatsächlich jetzt spannender als das was ich zunächst vermutet hatte Patrick wenn es um Sex geht Sex im Alter ich weiß nicht fühlst du dich da angesprochen ich bin mit dir noch zusammen einer der jüngsten auch wenn ich das Alter langsam merke aber das Thema an sich ist interessant ich glaube unsere jeweiligen Ärzte würden das echt anders sehen da bin ich mir sicher da bin ich mir wirklich sicher wie er es beschreibt hat es ist es ja wirklich eher ein Beziehungsdrama in der der Penis nur sowas wie der Auslöser ist beziehungsweise die wie Hackra Pille ja es also Drama würde ich es nicht beschreiben also es hat natürlich dramatische Züge aber es natürlich auch ganz klar oft Komödien Effekte sind drin und einfach auch auch Verträumtheit ist teilweise drin also ich kann es da wirklich nur weiterempfehlen dass die beiden Bände hier von Splitter haben mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja es war mal wieder Zeit für ein bisschen was von dem Autor also ich bin gehuckt mal wieder ich glaube wir stellen heute nur gute Comics vor mein Gott Andi wie sieht es bei dir aus also den müsste mir jemand in die Hand drücken und sagen lies den mal weil ja es ist jetzt nicht nicht das Genre das mich jetzt sofort ansprechen würde ich habe auf der Webseite auch mal kurz in die Leseprobe reingeschaut auch der Zeichenstil ist jetzt nicht so mein favorisierter ja also da gäbe es dann genug andere Sachen die mich erstmal mehr ansprechen würden aber wenn mir das jetzt jemand wirklich empfiehlt und in die Hand drückt und sagt das ist wirklich gut ich lese es mal dann würde ich es tun aber ich würde es mir jetzt nicht selber besorgen es ist eigentlich interessant dass drei von vieren sich thematisch angesprochen fühlen vielleicht auch weil sie sagen wir mal Parallelen zu was auch immer herstellen können und einer der hat diese Probleme nicht und kann deswegen dafür eigentlich nichts mit anfangen das ist interessant mega ja dann machen wir doch mal gleich weiter in dem Fall war es der Patrick der jetzt dran ist genau ich habe in letzter Zeit einiges von Ed Brubaker gelesen und ja ich habe mich dann entschieden von ihm dann Criminal vorzustellen weil das von ihm somit die einstiegsfreundlichste Reihe ist und thematisch auch so ein bisschen an Sin City anknüpft also Criminal ist eine Reihe da geht es um Schicksale die durch eine Gewaltspirale immer wieder ausgelöst werden oder weil sie in einem problembehafteten Viertel aufwachsen oder durch die Verwandtschaft in Problemfamilien geboren werden aber ist wirklich der komplette Gegenwurf zu Sin City weil man hier eben so einen gewissen Realismus hat also die Leute fliegen jetzt nicht meterweit durch die Luft wenn sie vom Auto angefahren werden wenn sie angeschossen werden sterben die auch und können ihren Tod nicht so lange rauszögern wie sie es wollen wie es bei Sin City oft der Fall ist und es ist nicht so überstilisiert also das sind oft glaubwürdige Kriminalgeschichten von Leuten die im Prinzip durch die Not zu kriminellen Taten gezwungen werden und dann das Schicksal wirklich gnadenlos zuschlägt je mehr Bände dann vorangehen desto mehr driftet es dann aber auch so ein bisschen in den Pipe ab aber die Reihe hat nicht umsonst zwei Eisen Awards bekommen unter anderem für 2007 beste neue Serie und bester Autor des Jahres Ed Brubaker kann er wahrscheinlich auch so ein bisschen aus seiner eigenen Vergangenheit schöpfen weil er war auch in der Vergangenheit so ein bisschen so auf kriminellen Pfaden und deswegen lässt er da auch so ein bisschen autobiografisches einfließen also sobald er so eine realistische Story angeht dann ist es teilweise unangenehm sobald er sowas schreibt wie Catwoman oder Captain America sobald er in die großen Verlage geht wird das eben ein bisschen mehr romantisch verklärt weil hier haben wir dann auch so ein paar Running Gags so eine Welt die dann quasi so ein bisschen episodenhaft aufgebaut ist also Leute die quasi in Folge 1 sterben tauchen dann noch als Nebencharakter in im zweiten Band auf weil sie da irgendwie auch so ein bisschen was in Gang bringen und Gnalli zum Beispiel der Barkeeper der ist auch immer wieder präsent dann haben wir so Episoden da also Band 3 das ist so ein Episodenband also wie so ein Episodenfilm so drei Schicksale die miteinander da verflochten sind und du siehst das aus der jeweiligen Perspektive von einem dieser drei Hauptcharaktere und dann ergibt sich da so ein ganzes großes Bild äh bei Band 4 ist es dann eben so dass wir einen Comiczeichner haben der wurde mal weil er für dafür verantwortlich gemacht wurde dass seine Frau beim Autounfall gestorben ist wurde er von Polizisten zusammengeschlagen hat dann von der Abfindung quasi so einen großen Deal bekommen also er schreibt für den Rest seines Lebens so eine Art Pipe Comics Trip und dann gerät er dann irgendwann durch eine FAMP Fatale auch wieder in so kriminelle Machenschaften und ein Kopf der ihn besonders oft in Kieke hat macht ihn dann das Leben zur Hölle also alles so richtig schöne Pipe Storys und wenn da jemand erschossen wird der bleibt dann auch tot und die fliegen nicht danach 10 Meter durch die Luft sondern sacken in sich zusammen also er hat dann auch durch Sean Phillips so eine Art realistischen Touch drin auch wenn es manchmal ein bisschen in Pipe abdriftet und dann so Sätze fallen wie ja meine Möse war so etwas wie ein ne meine Möse war die beste Waffe die ich hatte wo man dann schon wieder lachen muss ok nochmal kurz für mich ist das jetzt aus Sicht der Täter quasi geschrieben oder irgendwie Cops oder wessen Perspektiven nehmen wir da ein als Lesender manchmal ist es die Perspektive der Cops aber wenn das dann aus der Perspektive der Cops geschildert ist dann haben auch die Cops direkt am Stecken also ist es mehr so aus Perspektive der Täter und in der Reihe hast du eigentlich keinen Charakter der irgendwie eine weiße Weste hat also nicht die die durch die Storys führen das sind so kleine in sich abgeschlossene Crime Storys da kannst du dann Verknüpfungen ziehen musst es aber nicht weil man hat wie bei Sin City so mit der episodenhaften Struktur dann trotzdem noch so die Option auf Cameos kannst du noch was zum Artwork sagen das ist eben wie man es von Sean Phillips gewohnt ist so erdfarben dreckig roh und ja also meistens wenn Sean Phillips das schreibt das ist für mich mit die beste Kombo bei Ed Brubaker weil er da wirklich so eine Art geerdeten Touch reinbringt und das Ganze nicht zu abgedreht werden lässt und die lesen sich super schnell durch also das sind wirklich Page-Turner also meistens so 100 bis 120 Seiten hat man recht schnell durchgelesen mit 5 Ausgaben ist das übersichtlich und so eine der besseren Methoden um mal bei Ed Brubaker reinzulesen er scheint ja auch bei Image hat übrigens ganz tolle Cover wenn ich hier so die Cover überfliege das gefällt mir schon wirklich ganz gut hast du jetzt die deutsche Version gelesen oder die englische ich hab die deutschen Ausgaben gelesen die damals bei Panini rausgebracht wurden ist das abgeschlossen ja und dieses jeder Band ist eh für sich abgeschlossen also du musst die nicht alle lesen du kannst quasi da reinspringen wo dich das Cover am meisten anspricht und sagen okay das interessiert mich jetzt am meisten man merkt eben auch die Pipe Einflüsse also man hat auch Blacksploitation drin man hat diesen typischen Hardboid Cop oder Detektiv der nur am Rauchen ist und die sind fast nie in hellen Gegenden also meistens regnet es meistens spielt es abends und oft dann wirklich so in diesen Problemvierteln also nie in einem Teil der Stadt wo du denkst ja okay da läuft mal alles glatt sondern das ist eine raue kleine Welt also wie das geerdetere Sin City möchte ich gerne ergänzen ich habe das seinerzeit also 2010 als es rauskam gelesen und da kann ich mich komplett anschließen ich habe damals geschrieben Brubaker hat ja eine gut durchdachte Crime Noir Story entwickelt die von glaubhaften Figuren lebt die zwar immer etwas an der Grenze zum Klischee stehen diese aber nicht überschreiten egal ob es der bestechliche Bulle der schwarze Gangsterboss oder der traurige Junkie ist und das ist ziemlich genau was du gesagt hast oder eben der Ex-Profi Boxer der dann auch nicht aus der Haut kann und dann mal bei einer Wette nicht mitgespielt hat und wegen seinem Ego den Kampf gewonnen hat und dann Probleme kriegt wie man es auch so oft in so Storys kennt das ist ja wie bei Daredevil der Vater von Matt ist doch so umgekommen oder Howling Murdoch richtig richtig der wurde deswegen vom Kingpin umgebracht Patrick du hast doch bestimmt auch Kill or Be Killed gelesen auch beim Splitterverlag erschienen vom selben Kreativteam oder leider noch nicht das ist eine Bildungslücke bei mir aber ich habe von ihm Sleeper gelesen ich habe Inkognito gelesen ich habe auch in letzter Zeit Fatal gelesen also das war also diese Krimi-Reihe noch mit Keturu-Einfluss und die Catwoman-Reihe von ihm aber Kill or Be Killed steht auch so auf meiner Liste ok weil sticht das da jetzt irgendeine Form besonders heraus besonders gut besonders anders was ist irgendwie kann man da so Vergleiche ziehen es ist die einstiegsfreundlichste Reihe von ihm weil man da wirklich einen von diesen fünf Bänden nehmen kann und sich so mal reinlesen kann was macht Ed Brubaker für Stories und wenn du merkst die liegt diese realistische Untouch dieses raue dieses dreckige dieses harte vorbeischram an den Klischees dann sag ich lies mehr von Ed Brubaker die Stories von ihm sind meistens auf diesem Level deswegen hab ich diese Reihe auch ausgewählt Andi was meinst du Ja also Ed Brubaker Sean Phillips sind ja so ein Team die das schon seit vielen Jahren machen zusammen verschiedene Krimiserien ich hab das einzige was ich tatsächlich gelesen hab ist der erste Band von The Fade Out gelesen die einzige Reihe die niemals erwähnt wird die glaube ich keiner mochte oder keiner gelesen ich weiß es nicht keine Ahnung ich hab's nicht gelesen niemand erinnert sich glaube ich dass es die überhaupt gibt da hab ich halt mal den ersten Band gelesen ich mag Sean Phillips als Zeichner sehr sehr gerne seit Hellblazer Tagen und an sich ist das ja auch genau mein Genre solche Noir Crime und Hardboiled und Pulp Sachen aber irgendwie hab ich immer noch nix davon gelesen jetzt aktuell in den letzten ein zwei Jahren bringen sie ihre neue Reihe Reckless raus die sie nicht als Hefte sondern immer direkt gleich als abgeschlossenen Band rausbringen und das ist auch so dass jeder Band für sich steht das da schwärmt auch jeder total davon das wäre jetzt wahrscheinlich das wo ich wenn ich es endlich mal mal mache als erstes mal zugreifen würde das sieht wieder sehr 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 gut aus aber ja ich hab's irgendwie einfach immer noch nicht gemacht joa ich hab glaube ich ungefähr warte mal ich hab das schon mal erwähnt was war denn das war das auch Ed Brubaker dieses Ding beim Dantes beim Dantes Verlag ne beim Danny Books Verlag was nicht abgeschlossen was hatten wir letztens hier glaube ich schon zum Thema kennt ihr das also nicht abgeschlossen kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen was das wäre auf deutsch nicht abgeschlossen ach so ach so ja glaube ich zumindest er Danny Books hat es doch für Panini abgeschlossen Panini hat glaube ich die ersten zwei und er hat glaube ich die letzten zwei man kann bei ihm alle drei bestellen vielleicht hat er nochmal Neuauflagen gemacht also ich ich meine das war doch dieses Ding Miss Moneypenny als ist eigentlich James Bond ja und ich meine es war abgeschlossen ok ich finde drei Bände mit Danny Books auf dem Cover jeweils nix Panini ja top mein ist also wenn ihr sagt das abgeschlossen glaube ich sofort ich bilde mir irgendwie ein dass es schwierig ist irgendwie stanztechnisch mit Ed Brubaker Sachen aber hätten wir jetzt jemanden vom Splitter Verlag da würden die das vermutlich bestreiten ja spannend das so gefährliches Halbwissen bevor ich etwas dummes sage ich habe letztens auch behauptet es gibt keine neuen Comics von Mickey Mouse und Donald Duck mehr das wäre alles nur Neuauflagen von alten Scheiß das stimmt auch nicht in der Form ich halte besser einen Rand wenn es so gefährliche Halbwissen Sachen geht mega yo dann bin ich dran mit Castro denn ich bin dabei das Gesamtwerk von Mr. Grafikknöpfe Reinhard Kleist komplett zu lesen wir hatten hier einige Sachen schon von ihm und Castro stand da auch so in dieser Bibliothek und wollte unbedingt gelesen werden und ich wusste von Castro nicht so viel mein persönlicher Bezug zu Kuba sieht ungefähr wie folgt aus meine Eltern haben da ein paar Mal Urlaub gemacht das war ganz schön da gibt es dann so Fotos von irgendwelchen alten Autos und irgendwas mit Elefanten und über die Ökobilanz dieser Urlaube möchte ich mich jetzt hier an der Stelle nicht weiter unterhalten aber denen hat es gefallen und das ist leider auch alles was ich zu Kuba irgendwie erstmal wusste zumindest dachte ich das im Laufe des Lesens dieses Bandes ist mir noch eingefallen dass ich im Geschichtsunterricht auf jeden Fall die Kubakrise hatte und ich habe mich daran erinnern können dass in einem anderen ökologisch nicht korrekten Urlaub den ich mal in Miami gemacht habe auch irgendwie wie da eine ganze Menge Exil-Kubaner in Miami vor vielen Jahren halt eben aufgeschlagen sind und dass es eine relevante große kubanische Community in Miami gibt und all das ist irgendwie auch Thema hier in dieser Graphic Novel erschienen beim Carlsen Verlag und da erscheint ja irgendwie nahezu alles glaube ich von Reinhard Kleist und da geht es tatsächlich um Fidel Castro und genau genommen erzählt hier ein Fotograf namens Karl er ist Deutscher und ich bin mir nicht im Klaren ob dieser Carl jetzt eine fiktive Person ist oder ob das ein offizieller Castro Fotograf ist keine Ahnung ist auch egal denn er ist so ein bisschen der Einstieg für uns ins Leben Fidel Castros das Buch ist in glaube ich drei Kapiteln und Datei die aber jeweils irgendwie 120, 140 Seiten haben also für sich eigentlich schon ein Teil wären wäre das heute rausgekommen wäre jedes einzelne Kapitel als eigene Graphic Novel erschienen wir hätten am Ende der ersten Graphic Novel erfahren dass es noch eine zweite und eine dritte geben wird liebe Grüße an den David Bowie Comic das Ding hat im ersten Kapitel letztlich die Geschichte Fidel Castros und seiner Revolution also da gab es halt einen Machthaber der hat irgendeinen Namen Basista Batista Basita keine Ahnung ist auch egal auf jeden Fall ist der Fidel Castro hier Anführer einer Revolution zum Sturz genau dieses Machthabers wir erleben dabei aber auch in verschiedenen Anekdoten das Leben Fidel Castros auf dem Weg dorthin wie und wo hat er studiert was hat er gelernt aus was für einem Familienhaus kommt er wie ist er sozial geprägt und dann gibt es halt diese Revolution mit allen Kriegen und allen Vorfällen auf Kuba in Kuba und das Ganze wird immer eben punktuell begleitet von diesem Fotografen Karl der nämlich eigentlich so ein bisschen den roten Faden der Handlung darstellt er begibt sich auf die Spuren Fidel Castros will den dann in Kuba aufsuchen und wenn er den irgendwann getroffen hat und sich dann eben auch mit den Anhängern Fidel Castros unterhält also zum damaligen Zeitpunkt während dieser laufenden Revolution erzählen die eben wiederum Anekdoten aus Fidels Leben und so wird das dann so ein bisschen halt eben bis zum großen Höhepunkt des ersten Kapitels erzählt bei dem die Revolution dann halt eben gewonnen hat und er und seine Revolutionsarmee quasi die aktuelle Regierung die Revolutionsregierung was auch immer in Kuba stellen im zweiten großen Kapitel geht es dann um die Zeit der Regierung die er gestellt hat und ja auch bis zum Ende seines Lebens letztlich gestellt hat irgendwie und wie er dann da Kuba und vor allem auch die Menschen in Kuba auf der einen Seite mit tollen Reden im Zaum halten musste weil nämlich auf der anderen Seite durch diese Embargos die es vor allem seitens der US-Amerikaner gab und diese einfach ja das waren das waren so wenn ich weiß ob es Zölle waren auf jeden Fall Einfuhrverbote die sind quasi aufs Trocken gelegt wurden die hatten nichts zu essen die armen Schweine und wie er dann letztlich das Volk so ein bisschen beschwichtigen muss wie er dann aber auch mit den Russen zusammenarbeitet ist ganz interessant weil das so ein bisschen auch ja Russland so in meiner subjektiven persönlichen Wahrnehmung gerade natürlich auch wieder eine größere Rolle spielt auf dem internationalen politischen Markt eben was sie damals gemacht haben das war alles so für mich ganz interessant so eine Einordnung eben auch und das Ganze ist ja diese Kuba-Krise wo dann eben auch der Kalte Krieg interessante Jahre wenn man so hatte gefährlich wenn man so will gefährliche Jahre auch dargestellt hat wo dann eben auch Atomwaffen stationiert gewesen sind und wie dann Fidel darauf reagiert und so und darum geht es hier letztlich es ist in Teilen anekdotisch wird aber im Laufe des Buches immer mehr zu einer großen Geschichte mit einem mehr oder weniger roten Faden und wird uns auch ansprechend präsentiert in diesem typischen Reinhard-Gleis-Schwarz-Weiß-Look wie er auch andere Graphic-Novels schreibt und das war interessant irgendwie an der einen oder anderen Stelle hätte ich auf jeden Fall auch echt ein bisschen weniger Monolog von Fidel Castro vertragen stellt er übrigens auch selbst fest es gibt so noch einen Epilog am Ende da sehen wir ihn noch mal als alten Mann er ist eben nicht mehr in seinem Militär-Outfit sondern in seinem Adidas-Jogging-Anzug den wir wahrscheinlich inzwischen auch alle gut kennen dürften und da fällt fest dass er in seinem Leben vielleicht ein bisschen sehr viele lange Rede gehalten hat und wie lange Rede denn gehalten hat und kurze Reden vielleicht irgendwie die effektiveren sind wir sehen hier Che Guevara wir sehen wie Che Guevara Fidel Castro viele Jahre lang begleitet hat was die eigentlich verbunden hat und vielleicht auch im späteren Leben dann wieder getrennt hat das spielt dann eine Rolle wir lernen verschiedene Lebensgefährdinnen Fidel Castros kennen und das war auf jeden Fall auch irgendwie erhellend ist ja letztlich eine Biografie hier und es ist vermutlich nicht schlecht wenn man vorher so einen groben Plan davon hat wie das Leben Fidel Castros aussah um vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr diesem roten Faden folgen zu können ein Graphic Novel für 20 Euro die mir gut gefallen hat die mir auf jeden Fall auch besser gefallen hat als das was wir zum Beispiel bei David Bowie lesen durften und ja ich sag mal wer bei Fidel Castro vielleicht auch noch nicht so den Plan hatte der könnte den hier finden diesen Einstieg in das Leben einer eines Herzblut Kommunisten der das alles ernst gemeint hat und der glaube ich bis zum Schluss ich weiß gar nicht ob der noch lebt das ist nicht Teil des Comics 2008 ist es erschienen hat er noch gelebt da hat er aber seinen Bruder glaube ich schon übernommen wo bis zum Schluss der das alles mit bestem Wissen und Gewissen für sein Volk getan hat wenn man dieser Graphic Novel dieser Biografie hier Glauben schenken darf die ist 2008 erschienen Breedstorm hast du die völlig auch gelesen just die noch nicht die noch nicht und bist du mit Fidel Castros Leben ein bisschen vertraut ja grob also es wäre falls du die Frage stellst den werde ich noch irgendwann lesen aber es steht jetzt nicht auf der Brio Liste verstehe wie sieht das bei dir aus Andi ich habe den auch nicht gelesen ich mag ja Reinhard Kleist Zeichenstil eigentlich gerne dafür habe ich aber trotzdem vergleichsweise wenig eigentlich gelesen ich glaube Castro war der Band den er nach Cash rausgebracht hat gleich der nächste meine ich und irgendwie habe ich nichts davon gelesen was danach rauskam und ich glaube das ist auch so ein Band immer wenn ich so in der Stadtbücherei bin und da so die Kleistbände stehen denke ich mir könnte ich endlich mal einen davon lesen von dem die ich noch nicht gelesen habe und irgendwann passiert das dann bestimmt auch mal ich bin jetzt auch kein Castro Jag der war immer irgendwie da und ein bisschen was hat man immer von dem mitbekommen so aus den Nachrichten oder mal aus irgendeinem Film oder mal irgendeine Geschichtsstunde oder irgendwie sowas richtig gut kenne ich mich mit dem jetzt auch nicht aus so was was so das das Leben angeht vor allem dann eben auch so das frühere Leben also da da könnte ich jetzt auch nicht irgendwie mit mit Wissen dienen aber ja irgendwann nehme ich den bestimmt mal mit wer da wie gesagt vorher mal durch den keine Ahnung doch recht langen Wikipedia-Artikel gescrollt hat der hat da vielleicht noch eine bessere Einordnung man muss einfach sagen das gerade so zu beginnen also Fidel Castro erkennst du irgendwann wieder weil der halt immer in dieser selben Art und Weise mit dem Vollbart in diesem Käppi und den Militärklamotten dargestellt wird aber bei anderen Figuren ja genau auch ständig eine Zigarre im Mund wirklich ständig ab einem gewissen Zeitpunkt die anderen Figuren die ihn auf dem Weg so begleitet haben da wusste ich nicht immer ganz genau um wen es gerade geht Che Guevara habe ich irgendwann erkannt ich wusste irgendwann ungefähr die Frauen zuzuordnen und so ja und ich kann auch diesen Ansatz verstehen dass man hier diesen Fotografen wählt als so ein bisschen persönlichen Begleiter und eben wenn man so will persönlichen Fotografen Fidel Castro der dann sehr nah an ihn ran durfte ich weiß wie gesagt nicht ob das jetzt hier eine echte Figur ist die es wirklich in der Form gab wenn es diese Figur nicht gegeben haben sollte dann wäre mir zu viel von diesem Fotografen drin weil es wirklich auch ganze Abschnitte gibt in dem es um das persönliche Leben dieses Fotografen geht und das wäre mir zu viel wenn es eine fiktive Person gewesen wäre insofern gehen wir mal davon aus dass Karl unser Fotograf wirklich existent war und der halt hier so diese Geschichte Revue passieren lässt bin ich leider nicht so gut vorbereitet ne Patrick würdest du mal reinschauen ich würde mich wahrscheinlich erst mal reinlesen das klingt nicht so als ob der Comic dir komplett erklärt wieso ist Fidel Castro so diese nicht schillernde Persönlichkeit aber so diese große Persönlichkeit gewesen ich habe hier gerade beim Nachschlagen gelesen er ist 2016 gestorben aber ich er lese auch gern bei Reinhard Klar ist rein auch wenn ich da finde manchmal könnte der ein bisschen mehr erklären man hätte vielleicht die Redezeit von Castro verkürzen können und ein bisschen mehr sowas wie so Texterklärungen bebildern können wäre vielleicht auch sehr trocken gewesen und gerade bei der Johnny Cash Biografie der war für mich so die beste Erzählweise von Reinhard Kleist für mich weil er sich das da organisch angefühlt hat ich weiß aber nicht ob das auch daran lag dass ich Walk the Line gesehen habe und dadurch ein bisschen mehr in der Thematik drin war aber an sich wahrscheinlich erst mal reinlesen und dann den Reinhard Kleist Comic lesen ich bleibe auf jeden Fall dabei ich werde weiterhin am Gesamtwerk Reinhard Kleist rumlesen ist auch interessantes Geschäftsmodell diese Biografien zu machen in der Hoffnung dass man damit natürlich irgendwie auch Leute anspricht die sich vor allem erstmal für Castro interessieren und dann da halt eben auch mal dann die Graphic Novel also den Comic kaufen das ist irgendwann letztens gemeint dass es auch ganz spannend sein könnte dass das vielleicht schon so Comic sind die kaufst du dir dann und du glaubst du erfährst du was über Castro und dann stellst du die in den Schrank und liest sie doch nie weil du irgendwie schon alles über Castro in dem Fall weißt für den Fall hab ich einen Tipp ich seh grad dass man diesen Comic bei Medimops für 6,99 und 7,22 brainstormen kann noch günstiger ist nur die Bibliothek yo lieber Andi it's your turn Six Sidekicks of Trigger Keaton ist der Comic den ich jetzt vorstellen werde das ist ursprünglich mal in sechs Heften erschienen und ich hab hier den Sammelband also amerikanisch soweit ich weiß noch nicht auf deutsch angekündigt ist bei Image dieses Jahr rausgekommen der Sammelband ist gezeichnet und auch Farben und Lettering sind von Chris Schweitzer der Text ist von Kyle Starks und Liz Trice Schweitzer hat noch an den Farben assistiert Kyle Starks ist auch selber Zeichner bringt also auch Comics raus die er komplett alleine macht textet und zeichnet aber in diesem Fall eben mit Chris Schweitzer zusammen der die Bilder gemacht hat die zwei sind sehr 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 gut befreundet und haben das also auch gemeinsam entwickelt das ganze ist ich würde sagen eine Action Komödie so im Stile von so 80er Jahren Action Komödien es geht um die sechs Sidekicks von Trigger Keaton Trigger Keaton war ein Schauspieler aus Action Fernsehserien so durch mehrere Jahrzehnte hinweg kann man sich so vorstellen so was wie Ein Colt für alle Fälle oder auch so was wie Knight Rider und war keine besonders angenehme Persönlichkeit der Comic geht damit los dass er tot ist dass er ermordet wurde und bei der Beerdigung treffen sich die sechs Sidekicks also die Menschen die mit ihm in unterschiedlichen Serien gespielt haben also niemals zusammen aber halt immer so ein Sidekick bei ihm waren teilweise als Kinder teilweise auch ein bisschen älter und treffen sich bei diesem bei dieser Beerdigung von Trigger Keaton niemand mochte Trigger Keaton und die kommen dann so auf die Idee ja okay irgendwer hat den umgebracht und wir finden jetzt raus wer es war diese Sidekicks tun sich also zusammen um diesem Mord auf die auf die Schliche zu kommen auf die Spur zu gehen zetteln dabei dann auch noch einen Krieg mit den mit Stuntman an weil Stuntman haben auch alle Trigger Keaton gehasst weil der immer scheiße zu ihnen war und ihr Leben nur gefährlich gemacht hat und die haben gar kein Interesse dass jemand irgendwie quasi Trigger Keaton recht also da kommt es dann auch zu kämpfen zwischen den Sidekicks und den Stuntman und so verfolgt man so über diese sechs Hefte hinweg wie diese diese Gruppe von Menschen eben versucht diesen diesen Fall zu lösen und die Mörder von Trigger Keaton zu finden während sie gleichzeitig versuchen nicht von den Stuntman irgendwie platt gemacht zu werden ich finde die also mir hat er richtig Spaß gemacht ich bin großer Fan von den Zeichnungen von Chris Schweitzer hat einen recht cartoonigen Stil eine sehr sehr schöne Farbgebung das ist ein sehr klar erzählter aufgeräumter Comic aber auch mit tollen Actionsequenzen also Kampfsequenzen kann Chris Schweitzer auch sehr gut zeichnen und das ist wirklich ein fantastischer so Unterhaltungscomic für Freunde von von Action Komödien das kann man so nicht anders sagen also wenn man da Bock drauf hat Six Sidekicks Trigger Keaton ein Band in sich abgeschlossen steht's Volume 1 vorne drauf aber das tut's ja bei amerikanischen Comics gerne mal auch wenn's niemals darauf angelegt ist mehr zu dass da mehr kommt vielleicht kommt da auch mal mehr ich kann's mir nicht vorstellen ich hab von Kyle Starks und Chris Schweitzer sonst glaube ich noch nix gelesen mir wird Kyle Starks auch schon mehrfach empfohlen der macht auch gerne mal so Genre Hommagen äh palpige ähm die sehr gut sein sollen aber wie gesagt gerade die Zeichnung von Chris Schweitzer haben mich da an diesen Comic herangezogen plus eben die die Geschichte und ich wurde nicht enttäuscht finde ich sehr gut äh empfehle ich auch du sagst ja das sind Sidekicks aus Serien richtig aus TV Serien ja genau und spielt jetzt von diesem äh von diesem äh was nicht Bodyguard wie heißt das ähm Stuntman Ding abgesehen dieses TV Ding irgendwie eine Rolle also ist als Gimmick irgendwie ist es mit drin in der Story also in den einzelnen Heften ähm gibt es immer so Rückblicke ähm zu den Drehzeiten als eben diese Sidekicks mit Trigger Keaton zusammengearbeitet haben also man kriegt da so ein bisschen behind the scenes quasi wie Trigger Keaton da so am Set jeweils war und seine Sidekicks und seine Crew behandelt hat ähm es spielt natürlich schon in diesem Milieu also allein dadurch dass eben die die Stuntman da mit dran beteiligt sind und die Ermittlungen auch so im im Fernsehgeschäft ähm stattfinden weil sie natürlich schon glauben es wird jemand gewesen sein der Trigger Keaton halt bei 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 den Produktionen hassen gelernt hat und äh ihn deswegen umbringen will also es spielt schon so an an Sets an Drehorten in in Studios und auch vom Personal her mit mit Menschen aus der aus der TV-Branche und sind dir da irgendwie sag ich mal Easter Eggs aufgefallen ähm also jetzt nicht aus realistischen realen Sachen ähm es gibt bestimmt irgendwie so Anspielungen also wie gesagt es gibt äh eine Serie ähm die wahrscheinlich so an an Knight Rider angelehnt ist weil da sein sein Sidekick ein Auto ist das heißt einer von diesen Sidekicks ist eigentlich nur die Stimme in der Serie weil er eben das Auto gesprochen hat ähm und ansonsten so so Western Sachen und alte Action Sachen also mich hat es sehr viel an an alte Burt Reynolds Filme erinnert ich glaube so die Ecke äh wird da mit äh mit Inspiration dafür gewesen sein aber jetzt so so eins zu eins Bezüge sind mir jetzt mal abgesehen von dem Auto jetzt nicht groß aufgefallen finde ich cool würde ich glaube ich das geht doch also jetzt mal hm ich würde es glaube ich digital lesen weil ich meine das Englisch komme ich sowieso besser ran wenn es digital auf meinem Tablet ist ist bietet sich das an hier oder ist das gibt es da so mega viele Splash Pages das ist eine blöde Idee ich blätter mal kurz durch also ich glaube ich erinnere mich jetzt nicht an Doppelseiten ich glaube dass das alles jeweils auf einer Seite erzählt beim Durchblättern sehe ich jetzt auch keine keine Doppelseiten und wie gesagt die einzelnen Seiten sind auch sehr klar was die Panel Aufteilung angeht also ich denke schon du hast ja ein relativ großes Tablet soweit ich das weiß das dürfte ganz gut funktionieren es gibt ja die auf der Image Website für die meisten Serien das erste Heft komplett als Gratisleseprobe ich glaube das ist ja auch der Fall da kannst du es auf jeden Fall mal ausprobieren die haben auch zusammen diese etwas gemacht nennen sich Rock Candy Mountain das hat sie glaube ich auch gerade war Actress Writer auch beteiligt ich weiß dass Kyle Starks das geschrieben hat Cover aber ich glaube das hat jemand anders gezeichnet bin mir nicht sicher ich weiß dass Sex Castle ist ein Comic von Kyle Starks der mir immer wieder empfohlen wird und dann noch er steht auf dem Cover mit drauf doch doch das ist hier der Illustrator auch okay ja wie gesagt die zwei sind sehr sehr gut befreundet also nicht nur arbeitsmäßig sondern auch wirklich sehr sehr gute Freunde und arbeiten offensichtlich auch gerne mal zusammen mega kannst du dich dafür begeistern Breedstorm in irgendeiner Form zweifellos auf jeden Fall mit sowas sind wir halt groß geworden und das geht immer Patrick und du hast du Lust definitiv auch wieder diese Pipe-Pick-Gemischung mich erinnert das ein bisschen an die Liga der außergewöhnlichen Gentleman in der Version mit ausgerampften Nebendarstellern von Serien also von der Prämisse her finde ich gut Dankeschön Andi da ist er der Moment für die Cookies Code Authority Babababam Cookies Code Authority Und wir haben noch gar nicht erwähnt um was es hier heute gehen soll Andi um was geht es also was wollen wir hier eigentlich gleich machen was wollen wir jetzt besprechen was haben wir alle vier gelesen und vor allem wo also wir haben gelesen wir haben gelesen den Comic Being Monsters von Julia Beutling den man lesen kann auf beingmonsters.de und ich glaube auf Webtoon irgendwelchen Plattformen auf jeden Fall also ich habe es auf beingmonsters.de gelesen eine deutsche Künstlerin die eine Fortsetzungscomic macht jede Woche erscheinen zwei Seiten auf der Website wobei jetzt muss man es dazu sagen zu diesem Zeitpunkt wo wir aufnehmen jetzt wir nehmen an dem Montag auf jetzt am Freitag ist gerade die letzte Seite von Kapitel 2 erschienen also zwei Kapitel sind jetzt abgeschlossen die man lesen kann und jetzt gibt es erstmal ein halbes Jahr Pause bevor es dann weiter geht aber ja ein ein Comic wie der Titel schon sagt in dem ein Monster vorkommt in dem es aber auch um menschliche Beziehungen Entwicklungen und ja Feindbilder geht Märchen mit Märchen anleihen mit diesen ersten zwei Kapiteln sind wir noch sehr am Anfang der Geschichte Julia Beutling schreibt auf der Webseite auch dass es eine langsam erzählt und lang erzählte Geschichte ist dass einige Jahre dauern wird bis man da zum Ende kommt aber ja Andi du hattest das vorgeschlagen du hast das in die Runde geworfen ich muss sagen jetzt mal so ganz kurz vorne ich habe es dann an dem Tag als du es vorgeschlagen hast dass wir das eventuell machen könnten habe ich es direkt komplett gelesen also das was zu dem Zeitpunkt raus war also noch nicht ganz Kapitel 2 und ich war gleich sehr angetan ich bin gespannt wie wie ihr das gesehen habt ja weil die liebe Julia die hat uns nämlich schon mal ein Intro aufgezeichnet bevor es immer losgeht da ist ja am Anfang dieses Intro und da hat die liebe Julia ja auch schon mal was gemacht seitdem habe ich die auf dem Schirm und wie du schon sagst das ist eine längere Geschichte und vielleicht nochmals Info die hat bereits seit dreieinhalb Jahren an diesem Ding gearbeitet ich weiß nicht genau was es im Detail bedeutet aber das ist ein auf Dauer angelegtes Projekt auf dem sie auch schon auf Dauer arbeitet wie waren so deine ersten Eindrücke Patrick ich fand diese gemächliche Erzählweise das ist ja an sich nichts verkehrtes mir war es eben ein bisschen holprig und wenn es nicht zufällig der Marvel Cast ist bewerte ich eigentlich gerne Storys die abgeschlossen sind deswegen wir können jetzt hier quasi nur sowas wie so unseren Erstandruck von den ersten beiden Kapiteln geben ich fand die Charaktere gut geschrieben fand das war glaubwürdig und wie so nach und nach diese übernatürliche Komponente sich da auch in den Alltag eingeschlichen hat das fand ich auch richtig interessant gemacht für mich war nur eben der Haken daran gerade als es für mich interessant wurde hieß es okay jetzt könnt ihr ein halbes Jahr warten und jetzt gerade diese übernatürliche Komponente ansprichst und so die ist ja schon ein wesentlicher Teil dieses Comics aber meines Erachtens kommt die viel zu spät ich habe jetzt auch wie gesagt wir haben alle wahrscheinlich die beiden Kapitel gelesen ich habe tatsächlich sowohl auf ihrer Website beingmonsters.de als auch auf Webtoon ein paar Seiten gelesen und würde auf jeden Fall auch ihre Website empfehlen weil man da nämlich diesen Seitenaufbau viel eher hat bei Webtoon hast du einfach ein Panel nach dem anderen aus der Seite rausgerissen das ist super umständlich also das macht keinen Spaß und ich finde von den ersten Seiten die ja auch schon so ein bisschen was Mystisches immer pro Kapitel jeweils so andeuten aber noch ein bisschen kryptisch gehalten sind wird dieser Teil der ja dann scheinbar auch den titelgebenden Aspekt darstellen der kommt mir irgendwie auch der kommt mir viel zu spät erst durch ging dir das auch so Britsor naja naja also es fängt ja auf der ersten Seite eigentlich schon an dass da eigentlich übernatürliche Sachen passieren die erstmal keinen direkten Zusammenhang mit der Story zu haben scheinen also ich habe die erste Seite gesehen und ich meine das kann mir beschreiben dass ein Ritter auf ein Monster trifft und ich hatte sofort solche Vibes wie bei Masso Schmidstochter das war meine erste Assoziation und als ich es dann aber in die ja in die in die echte Welt quasi etabliert da ist es dann weggegangen aber man wusste eigentlich von der ersten Seite es könnte sein dass da sowas kommt also ich hatte jetzt nicht den Eindruck dass das jetzt ein Traum ist oder dass das sich jemand ausdenkt oder sowas sondern ich hatte da schon einen Bezug dazu vielleicht können wir mal kurz nochmal zusammenfassen worum es überhaupt geht das haben wir noch nicht gemacht es geht um junge frauen namens Claire die in einen kleinen Ort kommt wo ihre Oma gewohnt hat die Oma ist verstorben sie hat das Haus geerbt und sie fährt dorthin in dieses Haus mit ihrem mit ihrem Hund zusammen sie ist anscheinend sehr recht engagierte Tierrechtsaktivistin hat in so einer WG gewohnt mit anderen Tierrechtsaktivisten die ihr aber alle nicht konsequent genug waren mit denen sie sich irgendwie so auch ein bisschen zerstritten hat und sie scheint so einiges an Gepäck mit sich zu tragen kommt eben in diesen Ort wo dann in der gleichen Straße auch die Metzgerei ist da ist sie jetzt nicht besonders gut drauf zu sprechen sie scheint da sehr sehr fest in ihrem Weltbild zu sein was so Tierrecht und Veganismus etc. angeht und sie räumt dieses Haus auf sie wird da vermutlich ein Weilchen bleiben und so ein bisschen ihr Leben sortieren und ihr wird erzählt dass es im Wald oben irgendwie eine Ruine gibt und dass man aber in den Wald da nicht rauf gehen soll das gehört irgendwem und da ist eine Jagd eine Jägerin oder wie so eine Försterin irgendwie auch da und da darf man nicht hin aber ihr Hund rennt dann da irgendwie hin und sieht dem Hund hinterher und der Hund wird dann und dann taucht irgendwann immer noch dieses Monster auf und der Hund wird von dem Monster geschnappt das ist dann das wo Kapitel 2 auch endet ich hab nachdem ich den gelesen hatte und ich den ja wirklich so gut fand bin ich Patreon-Unterstützer geworden von dem Comic und wie du schon gesagt hast Julia hat da sehr sehr lange dran gearbeitet also das Patreon ist auch schon im Jahr 2019 gestartet und sie hat da über den ganzen Zeitraum hinweg sehr sehr detailliert ihren Arbeitsprozess dokumentiert ich hab jetzt noch nicht alles davon lesen können weil es doch sehr sehr viele Einträge sind die da zurückgehen aber das ist sehr 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 interessant das mitzuverfolgen und als das Patreon gestartet ist hatte sie auch schon sehr sehr viel vorbereitet sie hatte eine sehr lange Geschichte sehr sehr gut und intensiv recherchiert und komplett durchgearbeitet also das ist nicht so wie ich fange jetzt halt mal an und schaue wo ich hinkomme sondern hat absoluten Plan wo es hin soll hat sich starke Gedanken gemacht über das Farbkonzept wie Szenen in der Jetzt-Zeit in der Vergangenheit oder in Flashbacks oder sowas dann unterschiedlich koloriert werden also es ist extrem spannend zu sehen wie jemand eben so einen extremen Aufwand betrieben hat bevor es dann überhaupt dran ging das auch in die in die Öffentlichkeit zu sagen dass jetzt dieses halbes Jahr Pause ist war auch nicht eingeplant das hat mit anderen Geldverdienen Aufträgen zu tun hat sie auch so geschrieben dass jetzt Illustrationsjobs halt so über ja überschüttet ist also so ein paar Sachen kollidieren die jetzt eben einfach Vorrang haben weil damit halt Geld verdient werden muss und deswegen der Comic jetzt leider erstmal eine Weile pausieren muss wie gesagt war so nicht nicht geplant es ist natürlich ich verstehe das schon wenn manche von euch sagen dass Patrick gesagt hat er hat das Gefühl wo es gerade losgeht ist es aber jetzt leider auch schon erstmal aus das ist natürlich das ist natürlich auch das Prinzip Fortsetzungsgeschichte also das ist wenn man halt anfängt zu lesen noch bevor alles abgeschlossen ist dann kommt man halt irgendwann an den Punkt wo eben noch nichts Neues da ist und man dann warten muss oder wie der Breedstorm vorhin auch bei Asadaro gesagt hat er wartet lieber bis noch ein paar Bände raus sind weil sonst ist dann so eine lange Pause und so aber ja das ist halt Fortsetzungsgeschichte da muss man bei sowas dann halt leider mit leben wie gesagt als ich es gelesen habe ich war sofort begeistert also zum einen also Monster drauf finde ich schon mal gut so Märchen allein sowas das finde ich immer spannend ist auf jeden Fall interessant was mich wirklich begeistert war viel Formales an dem Comic also ich ich mochte die Farbgebung sehr sehr gerne ich war auf den ersten Seiten noch ein bisschen skeptisch was so die die Gesichter angeht die Mimiken die fand ich ein bisschen krude zum Teil das hat sich dann aber gelegt aber gerade so Panelgestaltung Farbgebung auch was man sehr früh sieht dass Julia sich starke Gedanken macht übers lettering also man man hat dann so Sequenzen wo Claire mit ihrer Familie telefoniert oder mit anderen Personen telefoniert und dann haben die Sprechblasen zum einen unterschiedliche Farben je nachdem wer gerade spricht und teilweise auch unterschiedliche Formen je nachdem wer gerade also wo man sich gerade befindet also gerade wenn sie telefoniert dann mit einem Freund oder einer Freundin die in Frankreich ist und immer die Person die quasi nicht vor Ort ist hat eine andere Sprechblasenform als die Person die vor Ort ist und wenn das dann entsprechend von Panel zu Panel wechselt wechseln dann auch die Sprechblasenformen also das hat mir sehr imponiert dass Julia sich da offensichtlich einen echten Plan gemacht hat wie benutze ich Formen des Comics wie transportiere ich Information allein schon durch die Gestaltung einer Sprechblase und so und auch die die Positionierung der Sprechblasen fand ich teilweise sehr hilfreich bei der bei der Führung des Auges so wie es ja eigentlich auch sein soll wie man über die über die Seite kommt genauso dann auch die Gestaltung der der Panelformen das merkt man dann also am Anfang ist es auch sehr aufgeräumt rechteckige Panel mit 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 90 Grad Radwinkeln und dann später wo es dann eben in den Wald geht wo dann so das Monster kommt also wo es dann auch so düster wird und mysteriös wird da werden dann die Panel anders gestaltet haben dann keine rechten Winkel mehr haben teilweise auch so ein bisschen wie so Manga Action Sequenzen jetzt nicht das Action im Bild zwingend so gestaltet wäre aber wie dann so die die Panel gestaltet sind also wie gesagt das hat mir hat mir sehr sehr imponiert so der der Umgang mit den mit den formalen Aspekten der der Comic Erzählung das wirkt mir hier sehr sehr reif und das fand ich richtig gut da waren jetzt wahnsinnig viele gute Sachen dabei du gesagt hast die ich grundsätzlich alle so unterschreiben würde mich würde noch interessieren ab welchem Zeitpunkt du jetzt so wirklich drin warst in der Geschichte also wann du sagen würdest das ist jetzt was wo ich weiterlesen möchte wo ich auch Patrone werden möchte weil das ja schon zwei Kapitel sind die halt richtig Fahrt aufnehmen und am Ende hatte ich einen ganz anderen Eindruck von der Geschichte als ich am Anfang hatte also wie gesagt als ich das als du das ursprünglich mal vorgeschlagen hattest das ist ja schon ich weiß nicht ein Monat her oder irgendwie so war war diese zweite Kapitel ja noch nicht komplett abgeschlossen bei mir war das ging wirklich sehr 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 schnell also ich erinnere mich wie ich da saß und gerade so diese diese Telefonate gelesen habe und mir eben das mit den Sprechblasen aufgehört und ich das ist hier so ein bisschen so running gag ja auch der Andi beschäftigt sich mit Lettering das macht sonst keiner niemand interessiert sich dafür und das hat mir natürlich imponiert dass da eine eine Comic Macherin ist die die solche formalen Aspekte eben mit mit bedenkt und das auch zu nutzen weiß also da war ich sehr sehr schnell begeistert davon und dann auch naja wie gesagt ich habe es ja dann an einem Stück durchgelesen und war dann einfach wirklich komplett begeistert davon dass ich gedacht habe das möchte ich auf jeden Fall weiterlesen und dann habe ich mir noch das Patreon angeschaut und dachte ja das finde ich unterstützenswert und das was ich so dann da auch halt sehen konnte was dann an an ja Behind the Scenes Prozess Posts in den letzten Jahren da zu dem Comic erschienen sind und das ist ja nun mal sowas was mich auch sehr sehr interessiert so das ist der kreative Prozess hinter so einem Produkt dann eben auch dachte ich mir das ist eine gute Gelegenheit das zu unterstützen und dann eben auch Zugang zu haben zu all diesen zu all diesem Material Würdest du jetzt dich über Bridgestone bei Patreon anmelden nachdem du die beiden Kapitel gelesen hast ist das was wo du denkst geil das hat es verdient da würde ich auf jeden Fall auch Kapitel 3, 4 und 5 und hoffentlich noch viele weitere lesen ja ich bin generell nicht so dieser Patreon Typ ich fände das geil wenn das so wie es ist wenn es fertig wäre bei Reprodukt oder Avant oder so da würde ich das durchaus gern sehen und da würde ich mir das dann sicherlich kaufen um es einfach auch im Regal zu haben auch wenn ich es schon gelesen habe das wäre so mein Ansatz für das Ding ist ja auch direkt wenn man sich das auf der Seite anguckt auch auf Seiten konzipiert da gibt ja auch andere Konzepte mit dieser Infinite Canvas Geschichte also wo du einfach nur unendlich lang scrollen kannst das ist ja schon also ich kann mir vorstellen dass es möglich wäre hier vom Layout das relativ fix zu drucken du meinst Infinite Curtain nee Canvas glaube ich heißt das ich kenne es auch als Canvas Baumwolle ja Canvas ist aber auch Leinwand also und Curtain ist Teppich gell Curtain ist Vorhang ist aber glaube ich Vorhang meine ich doch naja auf jeden Fall ist es keine Rolle sondern halt hier schon aufs Egal angelegt ja auch so unsere Protagonistin ist ja auch eine Person die sicherlich von einem gewissen Mainstream abweicht fand ich persönlich recht interessant wie hat die auf dich gewirkt ja ich war am Anfang auf der auf der Seite ganz oben quasi das Banner war ich erst ein bisschen abgeschreckt weil da der Hals sehr sehr lang war bei ihr wisst ihr was ich meine ja das den den fand ich zu lang und das hat mich eine ganze Zeit lang irritiert im Comic selber ging es dann aber ansonsten hatte ich wirklich sehr viel Spaß an dem Monster Design und was da Anni auch schon gesagt hat an den an den Farben die sie einsetzt also das ist sehr sehr durchgedacht das hat mir sehr sehr gut gefallen ich hab dann auch noch auf ihrer Homepage so andere Illustrationen angeschaut also Auftragsarbeiten die waren dann auch sehr dem Banner ähnlich dass sie sehr farbig waren weil der Comic an sich hier hast du manchmal ja nur blaue Töne oder du hast manchmal nur Sefiad Töne je nachdem wie es gerade passt zu der Stimmung und ich finde fast für mich wirkt das wenn es richtig knallbuntig ist bei ihr noch besser hast du den eigentlich auf Deutsch oder Englisch gelesen also ich hatte das Problem dass es sich dauernd wieder auf Englisch gestellt hat du musst das wirklich seit für Seite auf Deutsch umstellen da hat es ein bisschen gehakt das stimmt das ging mir auch so okay dann ist es nicht nur bei meinem Browser ich habe am Anfang auch auf Deutsch gelesen aber dann nachdem es wirklich immer von Seite zu Seite immer wieder umgesprungen ist war es mir zu blöd und dann habe ich es auch auf Englisch gelesen ich habe es jetzt nochmal ein zweites Mal gelesen als es jetzt abgeschlossen war jetzt am Wochenende habe ich es auch komplett auf Englisch gelesen also das ist tatsächlich eine Funktion das wäre ganz schön wenn man sich mal für Deutsch entscheidet dass es dann auch eingestellt bleibt ich finde ihr ihr Stil hat was sehr malerisches sie arbeitet ja auch ohne Outlines und wirklich so mit Farbflächen und teilweise ganz tolle Lichteinfälle gerade so in diesen in der Waldlichtung das Sonnenlicht durch die Bäume kommt und so und Breed zum Beispiel auch das Monster angesprochen also sehr 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 malerisch alles aber eben trotzdem mit einer mit einer eingeschränkten Farbpalette ich glaube nie mehr als drei Farben auf einer Seite oder in einem Pen oder irgendwie sowas was ich aber auch was ich sehr angenehm fand dass es nicht überladen ist dass es sehr klar ist und ja war ich sehr beeindruckt ich mochte auch diese verträumte Farbpalette und auch sie als Hauptcharakter sie war eben richtig greifbar schon erlernt dass die meiste Kommunikation die bei ihr stattfindet das ist entweder übers Handy oder sonst wie wenn sie mit dem Hund Gassi geht sie redet am häufigsten eigentlich mit dem Hund und sie ist dann auch immer auf den Hund sauer wenn der die zu Menschen führt und sie hat überhaupt keinen Bock dann irgendwie groß angesprochen zu werden also schon auf diesen paar Seiten die wir gelesen haben wurde sie sehr gut charakterisiert und wurde greifbar deswegen hat man dann am Schluss als es als dann auch die Action losging mit ihr mitgefiebert das war jetzt nicht Horroropfer XY sondern du hast sobald es losgeht wirklich ein sehr gutes Bild von ihr und kannst gut mit ihr mitfiebern Ich habe mit Julia ein bisschen geschrieben und habe auch gesagt dass sie sich nicht wundern soll wenn ich sie irgendwann mal einlade dass wir mal zusammen was aufnehmen für die Cookies und sie sagte da aber auch schon weil ich gesagt habe es wird sicherlich noch eine Weile dauern weil ich noch einen Haufen andere Sachen irgendwie vorbereite auch für die Cookies und da hatte sie jetzt glaube ich von dieser Pause noch nichts erwähnt zumindest ich weiß nicht ob sie das da schon wusste aber da hat sie zu mir jedenfalls auch schon gesagt dass es wahrscheinlich eh Sinn macht so ein Gespräch erst in einer gewissen Zukunft zu führen weil es eigentlich erst ab Kapitel 3 so richtig interessant wird dann auch inhaltlich über was zu sprechen also euer Eindruck ist daher schon mal ganz richtig und würde sie wahrscheinlich auch so bestätigen dass diese ersten zwei Kapitel halt wirklich erstmal so Hinführung sind bis dann eben das Monster wirklich auftaucht und das wirkt wahrscheinlich nur so also bei diejenigen die den Eindruck so hatten wirkt wahrscheinlich nur so langsam und dann eben auch abgehackt weil der Rest halt einfach noch nicht da ist wenn man jetzt wahrscheinlich das ganze Buch in der Hand hätte und sei es nur das erste Buch aus einer Reihe dann würde man wahrscheinlich sagen ja ganz normal die ersten zwei Kapitel sind halt so ein bisschen Hinführung und dann geht die Handlung los da hat man so ein Mittelteil und gibt es halt irgendwann ein Ende aber klar wenn man jetzt nur den Anfang da hat dann fehlt einem vielleicht so ein bisschen Substanz noch Wer wissen möchte wie es eventuell weitergeht der sollte vielleicht wirklich Patrone werden ich glaube man sagt Patrone bei Pageant Pageant glaube ich denn dort sind wohl laut dieser Infobox hier auf ihrer Website schon die Storyboards für Kapitel 3 und 4 ersichtlich hast du dir die schon angeguckt Andi? ne weil ich hab versucht wirklich vom ersten Post mich vorzuarbeiten also ich hab ja 2019 angefangen damit ich das wirklich chronologisch nachvollziehen kann und ich glaube ich bin jetzt gerade bei im Jahr 2020 angelangt oder so ich muss da noch einiges nacharbeiten es sind teilweise sehr lange Posts und ich lese jetzt auch nicht jeden Tag drin wenn ich richtig informiert bin habt ihr liebe Hörende auch die Gelegenheit die Julia live persönlich zu treffen und zwar in Erlangen dort ist sie halt am Start und woran erkenne ich das das erkenne ich daran dass sie dabei ist bei einer Aktion von der Comic Solidarity namens Besuch mich das ist eine ganz tolle Postkartengeschichte die die machen wo du quasi als kunstschaffender Person Orte aus deinen Comics nehmen kannst und den Vintage-Look auf eine Postkarte packst dann kannst du noch einen tollen Schriftzug drauf machen keine Ahnung ein Beispiel ich will jetzt kein Beispiel nennen es ja vielleicht ein Spoiler aber keine Ahnung hast du ein Mallorca-Bild ja und dann steht da drunter liebe Grüße aus Mallorca also Vintage-Postkarten aus den zum Teil natürlich fiktiven Orten in den Comics und auch da ist die Julia mit am Start und hat da wohl schon was eingereicht oder möchte zumindest mit dabei sein ich gehe also davon stark aus dass wir die Julia Beutling auch in Erlangen antreffen können und ich habe übrigens diesen Englisch-Deutsch-Button eben erst währenddessen wir angefangen haben zu sprechen überhaupt gefunden also ich habe es auch komplett auf Englisch gelesen ist tatsächlich echt vielleicht noch ein Optimierungshinweis an die Technik da ich würde den glaube ich empfehlen ich würde auch gerne noch warten bis da noch mehr passiert ist ja ich würde auch eine Lesung mir gerne mal geben ich würde mal wissen wollen wie die Julia der dann eine Stimme verleiht wie sie das selbst liest das würde mich auch noch mal interessieren und kann mich eigentlich nur um euch anschließen ich finde es schön ich lese weiter ich bleibe auch am Ball super dann sind wir jetzt hier durch mit Ausgabe 113 die ganz bald hoffentlich veröffentlicht werden wird ihr könnt sicher sein dass wenn sie online geht sitze ich gerade auf einer Mittelmeerinsel lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen und drücke auf einen Button denn ich habe jetzt Urlaub und was macht man zum Urlaub Podcast schneiden wird geil ich freue mich mega und ja wünsche mir und freue mich irgendwie auch drauf von unseren Hörenden Feedback zu bekommen wie gesagt kommt echt gerne mal in der Telegram oder in der Signal Gruppe vorbei wir haben Social Media Auftritte und vielleicht schaffe ich sogar im Urlaub irgendwas Kroketeres zu einem neuen Blog oder zu einer neuen E-Mail Adresse oder so aber da will ich jetzt noch nichts andeuten was dann vielleicht nicht rechtzeitig passiert danke Andi danke Patrick danke Breastorm tschüss bye bye tschau tschüss üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.